Wie ist es denn eigentlich in China zu leben? Kommt man alleine als Europäer klar? Welche Tipps kann ich dir geben? Und vor allen Dingen, wie ist es denn überhaupt, in der Hauptstadt Peking zu wohnen? Wie teuer sind die Wohnungen? Wie ist das Essen? Wie sind die Schulen, die Unis? Und so weiter und so fort. Über all diese Themen würde ich gerne mit dir heute hier in diesem Tutorial sprechen. Wir wollen vor allen Dingen uns heute mit zehn unterschiedlichen Themen beschäftigen, nämlich den Themen Sprache und Kulturschock. Ich denke, viele von euch werden einen großen Kulturschock haben, wenn ihr nach Peking bzw. in andere Städte in China geht. Dann soll es nochmal um das Thema Wohnungspreise und Hotelpreise gehen. Die Anbindung in China, nämlich solltet ihr euch ein Auto kaufen, sollt ihr ein Auto mieten, sollt ihr möglicherweise ein Moped euch holen, solltet ihr Public Transport benutzen und so weiter und so fort. Dann natürlich das Essen und die Kleidung. Wie ist das Essen? Kriegt ihr Kleidung, wenn ihr zum Beispiel ein großer Europäer seid, so wie ich? Natürlich dann Themen wie zum Beispiel das Schulsystem und Unis. Wie sind Schulen aufgebaut? Vor allen Dingen natürlich auch, ist es wirklich so hart, wie die Leute es immer sagen. Dann Freizeit. Wie gestaltet man am besten seine Freizeit in China? Welche Möglichkeiten hast du? Welche Möglichkeiten nutzen auch viele Chinesen aus? Dann Thema Freunde finden. Kannst du überhaupt als ein Europäer dort drüben gut Freunde finden, wenn du vielleicht nicht die Sprache kannst? Oder halt, wenn du die Sprache kannst, gibt es da irgendwelche Barrieren, auch selbst wenn du gut sprichst, die vielleicht kulturell bedingt sind? Dann natürlich das Thema auch nochmal Dating. Nämlich wie ist es zum Beispiel als eine junge Frau, ältere Frau in China zu daten? Wie ist es als jüngerer Mann oder älterer Mann in China zu daten? Auf welche Dinge sollte man achten? Gibt es vielleicht so ein paar Fettnäpfchen, in die man reintreten kann? Und dann soll es nochmal um zwei weitere Themen gehen. Nämlich Reisen innerhalb von China. Sollte man am besten irgendwelche Nachtbusse nehmen? Sollte man die Bahn benutzen? Sollte man fliegen? Welche Option ist da die beste? Und vor allen Dingen auch nochmal dann als letzter Punkt Politik und Meinungsfreiheit. Nämlich viele von euch werden sicherlich das Gefühl haben, dass China ein Land ist, das die Meinungsfreiheit vielleicht einschränkt. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass sehr viele Dinge, die hier in der westlichen Welt über China berichtet werden, einfach nicht korrekt sind. Genau deswegen war ich sehr, sehr überrascht, als ich das erste Mal nach China ging, wie es dort drüben tatsächlich ist. Ein großes Problem, das ich persönlich mit der westlichen Welt habe, ist, dass unsere Medien doch sehr, sehr hetzend sind. Sie hetzen gegen ein bestimmtes Land, beziehungsweise haben eine sehr, sehr einseitige und meist auch absolut falsche Berichterstattung. Und genau dieses Problem habe ich natürlich auch im Hinblick auf China gesehen. Ich muss natürlich zugeben, dass sicherlich auch einige Dinge in den Medien stimmen mögen. Und es ist sicherlich auch nicht so, dass China ein perfektes Land ist. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Land, wo dennoch immer noch viele Probleme existieren. Und ich möchte keinesfalls sagen, dass irgendwie China besser ist als Deutschland oder was auch immer. Ich möchte heute hier nur in diesem Video meine persönliche Meinung zu China euch geben, die eine sehr positive Meinung ist. Ich mag das Land sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen möchte ich euch mal ein paar Insights geben, die die meisten Leute euch nicht geben können, weil sie halt noch nicht drüben auch für eine längere Zeit gelebt haben. Nämlich nur Urlaub in einem Land zu machen, ist halt wie gesagt die eine Sache, aber dort zu leben ist ja wirklich eine andere Sache. Aber gut, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Thema an, nämlich Sprache und Kulturschock. Wie schlimm ist denn das Ganze eigentlich? Oft wird ja gesagt, dass Chinesisch die schwerste Sprache der Welt ist. Vielleicht zusammen mit Isländisch und Russisch und ich kann dem tatsächlich auch nur zustimmen. Chinesisch beziehungsweise Putonghua, also Mandarin, ist eine sehr, sehr schwer zu sprechende und zu lernende Sprache. Man muss natürlich differenzieren zwischen den Schriftzeichen, dem Pingying, das heißt der eigentlichen Lautschrift, und natürlich dann auch nochmal der Bedeutung von diesem bestimmten Wort und natürlich auch nochmal dem Kontext, in dem das Wort steht. Im Chinesischen ist es natürlich so, dass du vier unterschiedliche Töne hast, nämlich einmal praktisch den sehr langen Ton, zum Beispiel das Ma, dann hast du einmal das Ma, das etwas Fragen klingt, dann einmal das kurze Ma und dann auch nochmal das Ma, das praktisch von unten einmal nach oben geht. Und das sind praktisch die vier Töne. Ist es wirklich schwer, diese vier Töne zu erlernen? Es kostet natürlich ein wenig Arbeit, du wirst definitiv am Anfang, wenn du diese Töne lernst, nicht mit den Tönen beziehungsweise überhaupt dem Aussprechen der Töne klarkommen, bloß mit der Zeit wird das Ganze besser werden und vor allen Dingen wirst du auch mit der Zeit immer schneller sprechen, wenn du jetzt Mandarin sprichst und dann muss ich ehrlich zugeben, dass oft die Töne jetzt nicht so extrem wichtig sind, wie man denkt. Nämlich wenn du zum Beispiel etwas sehr, sehr schnell sprichst, dann ergibt sich daraus natürlich auch irgendwie der Content, ob das nun Ma, Ma, Ma oder Ma ist, also das wird ganz, ganz schnell dann irgendwann auch schon so sein, dass einfach im Kontext das eigentliche Ma dann, ja, das richtige Ma sein wird. Nämlich viele Leute wissen nicht, dass praktisch die Töne natürlich auch eine Bedeutung wiedergeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Wörter habe wie Ma oder Ma oder Ma oder Ma, dann sind das unterschiedliche Begriffe. Das eine kann heißen Pferd, das andere kann heißen praktisch schon Fragewort, dann gibt es eins, das kann heißen, oder zumindest ein Teil von Mutter, von Ma, Ma, das wäre halt Mutter. Das heißt, es gibt unterschiedliche Bedeutungen für jedes einzelne Schriftzeichen und jeder einzelne Ton hat natürlich auch praktisch eine Bedeutung. Eigentlich musst du dir aber nur Folgendes merken, es gibt ein Schriftzeichen, dazu gibt es eine bestimmte Lautschrift, das heißt, es wird in einem bestimmten, es wird bestimmt ausgesprochen und dazu gibt es, wie gesagt, eine Bedeutung, also sei es dann zum Beispiel, ja, Ma, Ma wäre halt Mutter. Tja, ist die Sprache schwer zu erlernen? Hatte ich ja gerade schon gesagt, ja, ist sehr, sehr schwer zu erlernen. Du wirst definitiv, auch wenn du sehr, sehr hart arbeitest für die ersten sechs Monate, so gut wie nichts verstehen. Ich hatte damals ziemlich genau zehn Stunden am Tag chinesisch Unterricht, weil ich halt, wie gesagt, in China erstmal kurzzeitig auf einer internationalen Schule war, wo ich halt Mandarin lernte, bis hin zum sogenannten HSK-4-Examen, der Hanyu Shui Ping Kao Shoe, das bedeutet einfach nur das chinesische Level, da gibt es praktisch Level 1 bis 6 und wenn du mindestens das Level 4 hast, darfst du an einer chinesischen Universität studieren. Ich bin derzeit auf Level 5, also HSK 5, trainiere aber gerade für HSK 6. Das ist also schon doch, doch ziemlich, ziemlich schwer. Im HSK 6, da musst du schon fast ein Chinese sein, um HSK 6 tatsächlich bestehen zu können. Aber wie auch immer, ich habe ungefähr sechs Monate gebraucht, damit ich überhaupt irgendwas verstehe. Du wirst in den ersten sechs Monaten absolut nur Bahnhof verstehen und das ist auch meines Erachtens absolut gar kein Problem. Man darf halt bloß einfach nicht die Vorstellung haben, dass du halt nach China gehen wirst, du wirst eine Woche irgendwie eine Sprache lernen und zack, kannst du auf einmal mit den Leuten kommunizieren. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Es ist grundsätzlich auch eine sehr gute Idee, schon mal bevor man nach China geht, Chinesisch zu lernen. Habe ich das Ganze gemacht? Nein. Ich bin im Flieger nach China geflogen, hatte dann auch versucht, die Zahlen von 1 bis 10 zu lernen. Also ich konnte absolut gar kein Chinesisch, als ich rübergegangen bin. Ich habe dann ein Jahr lang am Stück jeden Tag mindestens 10 Stunden Chinesisch gelernt und konnte dann halt, wie gesagt, das HSK 4-Examen bestehen. Habe dann gelernt, hier weiter noch bei mir zu Hause in Berlin wieder zum HSK 5 zu kommen und jetzt, wie gesagt, trainiere ich für HSK 6. Dann noch natürlich, wie ist das genau mit dem Kulturschock? Wie groß ist der Kulturschock? Es kommt natürlich darauf an, wo du in China bist. Zum Beispiel größere Städte, wie zum Beispiel Shanghai oder Beijing, sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Städte, die dir so einen gigantischen Kulturschock machen werden. Wenn du jetzt zum Beispiel in kleinere Städte gehst, zum Beispiel in sogenannte Third-Tier- oder Second-Tier-Cities, also praktisch Städte, die vielleicht noch nicht besonders so entwickelt sind und vor allen Dingen, wo halt noch nicht besonders viele Westler wohnen, dann kann es definitiv sein, dass du einen sehr, sehr großen Kulturschock kriegen wirst. Vor allen Dingen natürlich, das Essen wird anders sein. Die Leute werden eine Sprache sprechen, die du nicht kannst. Du wirst auch vor allen Dingen auch auf viele Geflogenheiten Wert legen müssen. Die Leute sind anders als hier. Und grundsätzlich muss man aber sagen, dass Chinesen sehr verzeihend sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht irgendwie die Sprache gut kannst, da wird dich niemals jemand für irgendwie anklagen, im Sinne von, dass sie sagen, ah, der doofe Weigwarren, also praktisch der doofe Ausländer, der kann kein Chinesisch, mach dir darüber keine Sorgen. Jeder Chinese dort draußen, der einen Westler sieht, der ein bisschen zumindest Chinesisch kann oder zumindest ein paar Worte, die werden dir tausendmal in den Kopf werfen, wie toll du doch Chinesisch sprechen würdest und so weiter und so fort. Also es sind wirklich großherzige, nette Menschen drüben in China und du wirst keinesfalls ein Problem damit haben, diesen Kulturschock, sag ich jetzt mal, zu überstehen. Es gibt viele Leute natürlich, die diesen Kulturschock nicht mögen. Es gibt viele Leute, die sagen, okay, China gefällt ihnen nicht, andere Leute lieben China. Es ist halt wirklich sehr zweigeteilt. Ich denke immer, du liebst China oder du hast es. Bei mir ist es halt so, ich liebe China wirklich über alles. Bei vielen, vielen anderen Leuten ist es so, dass sie halt das Land nicht mochten, weil sie einfach nicht mit dem Kulturschock klargekommen sind beziehungsweise sich einfach gesagt haben, okay, das ist mir ein zu großer Kulturschock. Und natürlich ist das vollkommen legitim. Bloß ich glaube halt, so ein Land nicht zu bereisen und nicht in das Land einfach mal zu gehen, ist auch ein großer Fehler. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Wohnungspreise und Hotelpreise. Wie teuer sind denn eigentliche Wohnungen? Es ist tatsächlich so, dass du in großen Städten schon Preise hast, wie zum Beispiel in New York oder halt, sagen wir mal, in Tokio oder wo auch immer. Wenn du dir in Peking direkt im dritten beziehungsweise vierten Ring der Stadt Wohnungen kaufen möchtest oder mieten möchtest, dann wirst du bei Mietpreisen von mindestens 2.000, 3.000 Dollar tatsächlich auch im Monat landen. Das ist sehr gut vergleichbar zum Beispiel mit New York. Wenn du jetzt zum Beispiel in Shanghai im Stadtzentrum dir ein Apartment mieten möchtest, ein kleines Apartment ist, ein wirklich kleines, dann vielleicht 1.000 Euro im Monat. Wenn du jetzt ein bisschen größeres Apartment dir mieten möchtest, also jetzt alles über vielleicht 30 Quadratmeter oder so, dann kann es natürlich gut sein, dass du schnell mal 1.500 oder 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat auf den Tisch legen musst, um dort leben zu können. China ist das Land aber übrigens der Extreme, nämlich du wirst sicherlich auch die billigsten Wohnungen, die du jemals auf der Welt gesehen hast, in China finden. Wenn du zum Beispiel in Third-Tier-Cities gehst oder Fourth-Tier-Cities gehst, es gibt praktisch also vier Tiers oder fünf Tiers, nämlich First-Tier-Cities in solche Städte, wie zum Beispiel Beijing, Shanghai, Guangzhou oder theoretisch halt auch Hongkong und dann natürlich noch die Städte im Second-Tier, sind dann zum Beispiel solche Städte wie Fuzhou oder es sind vielleicht Städte wie Tsinghuandao oder was auch immer und dann gibt es dann natürlich noch ganz viele kleinere Städte, die sogenanntes Third-Tier oder Fourth-Tier sind und da kann es sehr, sehr gut sein, dass du Wohnungen, zum Beispiel auch ein 3-4-Zimmer-Apartment, vielleicht 200, 300 Euro im Monat bekommst und meist ist da auch schon zum Beispiel Strom, Wasser drin und so weiter und so fort. Also es kann wirklich gut sein, wenn du halt ein bisschen mehr in die Countryside in China gehst, dass du dort für extrem wenig Geld deine Wohnung mieten kannst. Das Problem ist vor allen Dingen aber auch in China das Internet, nämlich das Problem ist natürlich das folgende, nämlich du hast halt in China Zensur natürlich des Internets, das heißt wir können nicht auf Webseiten zugreifen wie Facebook, Twitter, YouTube und so weiter und so fort, was, denke ich mal, Vor- und Nachteile hat. Ich bin um echt zu sein kein großer Freund von Social Media, bloß ich denke, man sollte es natürlich auch nicht beschränken. Es ist irgendwann so, dass du wirklich merkst, dass du so ein bisschen süchtig vielleicht danach warst und dir so nach ein, zwei Wochen denkst, Mensch, jetzt würde ich aber ganz gerne mal wieder auf Facebook und dann nach ein paar Wochen denkst du dir, mein Gott, jetzt will ich aber unbedingt mal wieder auf Facebook und dann nach ein paar Monaten verschwindet das Ganze wieder. In China ist es natürlich so, dass die Leute auch ihre eigenen Social Networks haben, zum Beispiel WeChat oder Sinan Weibo oder halt praktisch QQ, das sind so die drei Netzwerke, die wirklich sehr populär sind. Wenn du in China eine Wohnung mietest, dann wirst du aber kein besonders gutes Internet haben, zum Beispiel solche Anbieter wie China Mobile sind da eigentlich schon die besten, bloß man muss ehrlich zugeben, dass es meist nicht über, wie viel ist das ungefähr, vielleicht 8 MB pro Sekunde Download und vielleicht 2 Upload oder sowas. Also es ist wirklich sehr, sehr schlecht, die Internetverbindung in China und übrigens auch in größeren Städten. Also du wirst definitiv in China kein gutes Internet bekommen, auch gerade wenn du da nochmal ein VPN drauf machst, um halt praktisch um diese Zensur in China rumzukommen, dann wirst du höchstwahrscheinlich, ja, ein absolut miserables Internet haben. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber flächendeckend kann man sagen, dass das chinesische Internet doch schon sehr schlecht ist. Die Wohnungen können sehr geräumig sein, können aber auch sehr klein sein. Du kannst natürlich auch in größeren Städten die größere Wohnungen mieten für auch geringe Preise, beispielsweise wenn du halt einfach in ein bisschen mehr die Außenbezirke gehst, was meines Erachtens gar kein Problem ist, was eher sogar ein Vorteil sein kann, weil halt einfach diese Außenbezirke nicht ganz so voll sind wie das Stadtzentrum. Zum Beispiel, ich wohnte in einem 7. Ring von Peking namens Tongzhou. Tongzhou ist ja eigentlich ein relativ, oder sehr schöner Ort, finde ich persönlich, der praktisch im Süden, beziehungsweise Osten halt liegt, Südosten von Peking. Es ist ein Ort, der dadurch bekannt wurde, dass es früher mal ein wichtiger Kanal war, wo auch viele Hölzer und so weiter für die verbotene Stadt angeliefert wurden und wo natürlich früher auch viel Handel betrieben wurde. Und heute ist dieser Kanal natürlich nicht mehr für den Handel, wird nicht mehr für den Handel gebraucht, aber ist dennoch ein wunderschöner Ort. Und dort kann es gut sein, dass du dir Wohnungen mit 60, 70 Quadratmeter, 80 Quadratmeter für 400, 500 Euro im Monat definitiv leisten kannst, wenn nicht sogar für weniger. Also dann kannst du auch gut in Städten wie Peking leben, auch für ein relativ geringes Geld. Man sollte auch nicht vergessen, dass natürlich die U-Bahnen in Peking sehr gut sind. Das U-Bahn-Netz ist sehr, sehr gut ausgebaut und genau deswegen sage ich ja, du kannst auch gerne im Außenbezirk wohnen. Dann fährst du halt 20 Minuten, wenn du wirklich in Downtown arbeitest, fährst du 20 Minuten mit der Bahn nach Downtown oder vielleicht eine halbe Stunde oder was auch immer und dann bist du halt da. Die U-Bahnen finde ich persönlich, wie gesagt, sehr, sehr schön. Es macht auch fast sogar schon Spaß, in den U-Bahnen zu wohnen. Du hast in jedem U-Bahnhof, hast du WCs, hast du Shops und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht so wie hier in Berlin zum Beispiel, wo dann irgendwelche Obdachlose tatsächlich auf den Bahnsteigen liegen und Bierbuddeln da rumstehen und die Bahnsteige dreckig sind und die U-Bahnen halb auseinanderfallen. Die U-Bahnen sind da drüben halt schon sehr, sehr modern. Du hast Fernseher in den U-Bahnen drin. Sie riechen auch meistens erstaunlich gut und vor allen Dingen sind sie gut runtergekühlt und sind nicht solche Hitzeboxen, sag ich jetzt mal, wie hier in Berlin im Sommer. Das, wie gesagt, kommt eigentlich nicht vor. Sonst natürlich, die Hotelpreise in Peking sind relativ hoch. Du wirst definitiv, denke ich mal, einen besseren Deal kriegen, wenn du mit Airbnb das Ganze machst. Das heißt, wenn du praktisch auf Airbnb gehst und dir dort nach Apartments Ausschau hältst. Es ist definitiv teuer. Also du kannst sehr gut, ich denke mir für ein Low-Class, Low-Range-Hotel, kannst du ungefähr mit 15 bis 20 Euro am Tag rechnen. Wenn du jetzt in ein vom mittleren Standard Hotel gehen möchtest, dann würde ich sagen, ungefähr 30 bis 40 Euro am Tag und wenn du halt in gute Hotels gehen möchtest, 100 plus, zum Beispiel das Beijing Grand Hotel, das kostet glaube ich 180 die Nacht oder so, also das ist dann schon doch um einiges teurer. Welche Hotels würde ich dir empfehlen? Ich würde dir persönlich eher die Low-Class, die wirklich günstigen Hotels empfehlen. Warum? Weil nämlich ein Fünf-Sterne-Hotel in China nicht ein Fünf-Sterne-Hotel im Westen ist. Wenn man sich nur das Preis-Leistungs-Verhältnis anguckt, wirst du höchstwahrscheinlich das Preis-Leistungs-Verhältnis, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei wirklich, wirklich günstigen Hotels bekommen, die vielleicht 15 Euro oder was auch immer pro Nacht kosten. Das ist halt wie gesagt dann kein High-Standard, aber es ist halt vollkommen okay. Das sind saubere, gute Hotels, die wirklich nett aussehen, und du wirst erstaunt sein, die sind wirklich relativ gut. Also das sind jetzt auch nicht irgendwelche Bruchbuden oder was auch immer, die du da einquartierst wirst, in den meisten Fällen zumindest. Also das sind eigentlich ganz nette Hotels. Die haben halt keinen Luxus, sind aber wirklich ausreichend und sind wirklich nicht schlecht. Wenn du aber zum Beispiel in Fünf-Sterne-Hotels in China gehst, kann es sehr gut sein, dass du vielleicht eher ein Drei-Sterne-Hotel hier in Deutschland dafür gehen würdest. Das heißt vielleicht ein Drei-Sterne-Hotel hier drüben ist ungefähr ein Fünf-Sterne-Hotel in China, außer jetzt, wenn es wirklich, ja, bekannte Hotels sind. Ich wollte gerade schon fast sagen, wenn es bekannte Ketten sind, aber zum Beispiel auch das Sheraton in China ist nicht besonders doll. Also ich möchte jetzt nicht gegen das Sheraton was sagen, aber ich war selbst schon mal in einem Sheraton in China und glaub mir, das ist einfach nicht auf dem Standort, wie es hier ist, obwohl ich das Sheraton auch hier nicht besonders toll finde. Aber wie auch immer, das ist jetzt mal, wie gesagt, eine ganz persönliche Meinung. Genau. Ich würde dir also folgenden Tipp geben, gehe eher in günstige Hotels, versuche nicht in diese extrem teuren Hotels zu gehen, die sind es meistens nicht wert. Dann, der dritte Punkt, ist natürlich auch nochmal die Anbindung, nämlich wie gut bist du denn eigentlich angebunden in Peking? In Peking bist du sehr, sehr gut angebunden, du hast überall die Möglichkeit, praktisch dir Busse zu nehmen, diese Busse führen durch ganz Peking durch, du hast die Möglichkeit, kleine Rickshaws praktisch dir zu nehmen, du kannst also jederzeit auch auf der Straße einfach deine Hand raushalten und hast dann praktisch die Möglichkeit, dich auf eins dieser Rickshaws zu setzen, die sind auch sehr, sehr günstig, du wirst höchstwahrscheinlich für so einen Trip nicht mehr ausgeben als ein paar Euro vielleicht, wenn du jetzt irgendwie ein paar Kilometer fährst, die sind wirklich erstaunlich günstig. Wenn du dir zum Beispiel jetzt ein Taxi nehmen möchtest, Taxis sind auch immens günstig in Peking, zum Beispiel, wenn ich nach Peking reinfliege und dann vom Flughafen nach Tongzhou fahre, das ist ungefähr eine Stunde, gebe ich 120 Yen für eine Stunde aus. 120 Yen sind vielleicht in Euro umgerechnet, naja, sagen wir mal so, 20 Euro, 20 Euro für eine Stunde Taxifahren oder vielleicht sogar ein bisschen mehr meistens, wenn man noch im Stau steht. Also wie gesagt, eine Stunde Taxifahren, das ist schon sehr, sehr günstig. Und vor allen Dingen, ich habe bisher nie so das Gefühl gehabt, dass die Leute dich zumindest in Peking abziehen wollen, die Taxifahrer. Ich bin mit hunderten von Taxifahrern gefahren und ich habe noch nie erlebt, dass jemand mich versucht hat abzuziehen. Kann vielleicht daran liegen, dass ich Mandarinen spreche, aber ich gehe mal davon aus, dass sie dir eigentlich einen fairen Preis nennen werden. Also du kannst dich also ungefähr daran halten, nicht mehr vielleicht als 30, 40 Euro pro Stunde, wenn du weißt, dass du ungefähr vielleicht 15 Minuten hin brauchst, du kannst es dir mal online über Google Maps oder was auch immer mal anschauen, wie lange es dauern würde. Dann würde ich halt jetzt immer versuchen runterrechnen. Also Maximum vielleicht 30, 40 Euro pro Stunde. In meisten Fällen wird es aber eher so sein, dass die Leute vielleicht 20 Euro oder so nehmen für eine Stunde Fahrt. Genau. Die Anbindung an sich in China ist hinsichtlich der U-Bahn auch sehr, sehr, sehr gut. Die U-Bahnen sind wie gesagt sehr sauber, sind schön gemacht. Hast in jedem Bahnhof, hast du auch WCs, was ganz gut sein kann, weil natürlich auch, ja, vielleicht einfach mal, wie gesagt, mal ein Problem hat. Gerade beim chinesischen Essen kann es gut sein, dass es dir für die ersten Wochen nicht besonders gut geht. Genau, deswegen sage ich ja doch immer, nimm dir zum Beispiel Durchfalltabletten mit und so weiter und so fort, weil das kann halt einfach ein Problem werden. Und wenn du gerade viel unterwegs bist und viel mit U-Bahnen fährst, ist es, glaub mir, ein wirklich großer Segen, wenn du nicht nach einem WC suchen musst. Weil, wie gesagt, es ist immer schwer für Leute, das nachzuvollziehen und ich weiß, das ist ein komisches Thema, aber du wirst in China krank werden. Definitiv. Ich habe bisher noch keine Person so wirklich erlebt, die gesagt hat, ich habe für Wochen in China oder Monate oder Jahre in China gelebt und ich bin nie krank geworden. Also, da musst du halt dann wirklich wahrscheinlich nur Sachen aus Verpackungen essen, aber auch nur westliche Produkte und nur Wasser trinken aus Flaschen. Also, das, wie gesagt, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie du nicht krank wirst. Übrigens auch nochmal, das ist eine Frage, die ich immer wieder bekomme, nämlich, kann man das Wasser aus dem Hahn trinken? Nein, kann man nicht. Das Wasser sollte man grundsätzlich immer abkochen. Das Problem beim Abkochen ist natürlich aber auch, dass da keine Schwermetalle rausgehen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich immer das Wasser abgekocht habe und natürlich die Schwermetalle praktisch dort drin hatte. Die optimale Möglichkeit oder die optimale Option wäre natürlich, dass du dir einfach das Wasser kaufst aus dem Supermarkt in Flaschen. Da gibt es auch große Kanister oder große Kübel mit 10 Litern, 20 Litern oder was auch immer drin. Das wäre natürlich auch wieder für dich eine Option. Sonst ist die Anbindung auch ganz generell innerhalb von China sehr, sehr gut. Wir sprechen gleich nochmal über das Thema Reise in China, aber ich kann dir jetzt schon mal Folgendes sagen, du wirst eigentlich an fast jeden Fleck in China komfortabel kommen. Dann Essen und Kleidung. Wie ist denn das mit dem Essen? Da hatte ich ja gerade schon mal gesagt, dass es kann sehr gut sein, dass du krank wirst. Es ist vor allen Dingen aber auch so, dass China und das muss man echt zugeben, mit das Beste, vielleicht aber auch das schlechteste Essen auf der gesamten Welt hat. Für mich persönlich ist es so, dass ich das Essen über alles liebe. Ich finde, es ist mit Abstand die beste Küche der Welt. aber es kann natürlich auch sehr gut sein, dass du an bestimmten Straßenläden auch mal das schlechteste Essen deines Lebens bekommst. Vielleicht schmeckt es gut, vielleicht sieht es lecker aus, aber vielleicht ist es einfach nicht aus besonders guten Zutaten oder nicht besonders frischen Zutaten gemacht. In den meisten Fällen wirst du gute Qualität oder zumindest anständige Qualität bekommen. Wenn du in Restaurants gehst, geht man sowieso meistens davon aus, dass die Qualität anständig ist. Es kann aber gut sein, dass wenn du zum Beispiel bei Straßenläden bist, was ich früher viel gemacht habe, dass du dann halt definitiv krank wirst. Das ist immer eine Möglichkeit, die besteht. Darum, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, halte ich von den Straßenrestaurants oder grundsätzlich von, sag ich jetzt mal, den, ja, wie sagt man, von den Straßenständen fern. Halte ich nicht davon fern. Probier es einfach mal aus. Probier diese ganzen Sachen aus, die Leute verkaufen. Das ist definitiv eine gute Sache, die man machen sollte. Bloß ich würde da vielleicht nicht den ganzen Tag von morgens bis abends essen, weil dann wirst du auf jeden Fall krank werden. Genau. Sonst noch, das Essen an sich ist natürlich auch sehr vielfältig. Du hast in China, soweit ich weiß, 53 ethnische Minderheiten und diese ethnischen Minderheiten haben natürlich auch ihre unterschiedlichen Gewürze und kochen unterschiedlich. Genau, deswegen ist es oft so, wenn du jetzt zum Beispiel in China in Restaurants gehst, dass dort stehen wird, aus welcher Provinz praktisch das Essen kommt beziehungsweise wie das Essen gewürzt ist und das macht tatsächlich einen Unterschied. Warum wirst du dann wissen, dass dein Lieblingsessen vielleicht Yunnan-Food ist, also praktisch Essen aus der Provinz Yunnan, was meist sehr scharf ist. Man kann grundsätzlich sagen, dass das Essen im Süden meist sehr scharf ist, dass das Essen im Norden meistens sehr deftig ist. Im Osten, soweit ich weiß, sagt man immer, ist gerne salzig und im Westen ist es, wie gesagt, es gibt ja so eine Regel, aber auf jeden Fall kann man immer schön sagen, im Süden scharf, im Norden nicht ganz so scharf. Im Norden, oft wird gesagt, dass die Leute im Norden vor allen Dingen Nudeln essen, was ich eher für falsch halte. Ich denke eher, dass im Norden und im Süden viel Reis gegessen wird. Im Süden wird aber tatsächlich auch nochmal relativ oft Nudeln gegessen. Also ich habe eher das Gefühl, dass mehr Nudeln im Süden gegessen werden als im Norden, aber sicherlich gibt es da auch andere Meinungen zu. Sonst, das Essen ist natürlich auch immer so ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Das Essen besteht vor allen Dingen natürlich aus Reis, aus Fleisch, aus Gemüse. Man macht es meistens so, dass das Essen morgens eingekauft wird. Das heißt, das Essen ist so wie jeden Tag frisch. Wenn man zum Beispiel zu Hause kocht, geht man an den Straßenrand, da sitzen irgendwelche Bauern, kann zum Beispiel dir dein frisches Gemüse und so weiter holen, Fleisch kriegst du aus dem Supermarkt. Das hängt in den meisten Fällen nicht einfach so auf der Straße. Das ist jetzt nicht irgendwie zum Beispiel wie ein Land wie Kambodscha oder wo auch immer, wo du halt wirklich noch diese typischen Nachtmärkte und so weiter hast oder wie Taiwan. Das ist eher so, dass die Leute schon doch in den Supermarkt gehen, aber das Bauern dennoch auf der Straße öfter mal ihre Produkte verkaufen. In den Restaurants wirst du vor allen Dingen natürlich Essen bekommen, das auf ganz, ganz großen Platten, sage ich jetzt mal, ist. Nämlich ist es oft so, dass halt, wenn du in den Restaurant gehst, einfach große Platten, große Leuchttafeln hast, wo das bestimmte Essen angezeigt wird und dann kannst du sagen, ich hätte gerne das, 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 das und dann wird praktisch das Essen zubereitet. Das Essen wird meist sehr, sehr schnell zubereitet. Chinesisch ist sowieso eine sehr fixe Küche, wird alles zusammengehackt, wird reingeschmissen in den Wok, mit schönen Soßen gemacht, scharbe Soßen nochmal drüber, was auch immer und dann kommt es auf den Teller und schmeckt absolut gigantisch. Das Essen hier in Deutschland, das chinesische Essen, ist definitiv nicht mit dem chinesischen Essen in China vergleichbar, ganz und gar nicht. Es ist wie eine komplett andere Küche. Das wird aber sicherlich, werden viele von euch wissen. Genau deswegen denke ich mal, ist es wirklich so spannend, auch in China einfach mal alles auszuprobieren. Ich habe wirklich so viel wie möglich ausprobiert, ich habe alle möglichen Gerichte mal gegessen, ich bin oft, oft, oft krank geworden, aber das ist eine Sache, die ich eingehe. Das ist für mich kein Problem. Du solltest vor allen Dingen aber aufpassen, wenn du zum Beispiel Bier oder Alkohol trinkst, wo drauf vielleicht, ja, ein Etikett ist, dass dir irgendwie Spanisch vorkommt, wo du zum Beispiel irgendwie englische Wörter drauf hast, aber du weißt, dass sie keine englischen Wörter sind, also zum Beispiel falsch geschriebene Wörter oder was auch immer. Nämlich, es kann gut sein, dass zum Beispiel westliche Weine oder was auch immer, die angeboten werden, vielleicht auch gerne im Supermarkt oder halt im Restaurant und dass einfach das Produkt aber nicht ein westliches Produkt ist. Es ist praktisch einfach nur ein Produkt, das westlich aussieht. Es wurde halt irgendwo in China gefakt und da haben sie irgendeinen Alkohol oder irgendeinen, ja, Entschuldigung, Mist da eingegossen in diese Flasche und wenn du das trinkst, dann kann es sehr gut sein, dass du halt vergiftet wirst und das ist nicht unbedingt böse gemeint, sowas von, jetzt vergiften wir die Westler, sondern eher, dass halt einfach manche Leute, manche Firmen probieren so viel Geld wie irgendwie möglich zu machen und kippen da irgendeinen schlechten Alkohol oder was auch immer rein und sagen halt, ey, das ist ein westliches Produkt, nehmen den dreifachen Preis, aber schlussendlich ist es einfach nur ein Produkt, von dem du krank wirst. Ich glaube, dass ich das tatsächlich mal hatte, nämlich ich war einmal für fünf Tage ganz, 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 ganz krank. Ich wusste nicht, warum das war. Ich dachte mir vielleicht, okay, man wird einfach mal krank, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Vergiftung war, weil die so, so stark war, dass ich dann auch, wie gesagt, hohes Fieber bekam, nichts essen konnte für viele, viele Tage am Stück und eigentlich nur noch schlief und mein Kopf war fast am zerplatzen und ich war damals dumm genug, nicht ins Krankenhaus zu gehen. Wenn du sowas bekommst, geh auf jeden Fall ins Krankenhaus und lass dir helfen. Sonst natürlich, das Essen an sich ist nicht so, wie viele Leute es denken, sowas von wie, dass Insekten gessen werden und so weiter und so fort. Ich war in, wie gesagt, vielen, vielen Orten in China. Ich habe nie gesehen, dass Leute tatsächlich im Restaurant sich Insekten bestellen. Es gibt sicherlich Gerichte, wo Insekten drin sind, aber das gibt es auch vor allen Dingen eher im Süden, im Norden gibt es sowas kaum und vor allen Dingen muss man echt zugeben, dass das eigentlich kaum jemand ist. Also selbst Chinesen ekeln sich davor, wenn irgendwelche westlichen Touristen auf die Nachtmärkte in Peking gehen. Davon gibt es übrigens nicht mehr so viele, aber wenn es welche gibt, dass sie Touristen da raufgehen und irgendwelche Skorpionen und so weiter essen, das ist alles nur vor Show. Ich kenne keinen, der sich Skorpione aus der Lunchbox rausholt und die dann schön knuspert. Also das macht man einfach nicht. Dann noch eine Frage, die ich natürlich immer wieder bekomme, ist, isst man in China Hund? Und die Antwort ist ganz klar, ja, natürlich. Es gibt viele, viele Restaurants in China, die Go Row anbieten, also Hundefleisch. Wenn ihr mir nicht glaubt, gebt einfach mal Go Row oder halt Hundefleisch oder Dog Meat oder was auch immer bei Google ein und sucht mal nach Restaurants in China, weil wenn ihr halt, ihr könnt hier gerne mal eingeben Dog Meat in Translator und dann werdet ihr Go Row sehen. Da könnt ihr mal eingeben Go Row Fang War oder Go Row Fang One ist es eigentlich, ich habe einen Peking Akzent, deswegen eigentlich, eigentlich müsstest ihr eingeben sowas wie Dog Meat Restaurant, also Go Row Fang One und dann werdet ihr sehen, dass es überall in China Hunderestaurants gibt. Habe ich jemals Hund gegessen? Nein und das werde ich auch niemals tun, weil ich einfach, wie gesagt, ein großer Hundefreund bin und vor allen Dingen Hunde auch nicht die saubersten Tiere sind, weil es sind meist Straßenhunde, die dort auf den Tisch kommen und die sind höchstwahrscheinlich auch gerne mal verwurmt oder was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich da irgendeinen Trick gibt, dass man herausfinden kann, ob der Hund tatsächlich gesund ist oder was auch immer im Sinne von, dass die Leute, die es tatsächlich zubereiten, das essen, dass die auch irgendwie wissen, ob das ein gesund oder ein kranker Hund war, aber oh Gott, das möchte ich einfach nicht essen, schon alleine, weil es mir um Hunde sehr leid tut. Ist es etwas, das viele Chinesen essen? Nein, definitiv nicht. Nur sehr wenig Chinesen essen tatsächlich noch Hund. Es gibt Hunderestaurants in ganz China, das müsst ihr einfach nur mal auf Google Maps eingeben und ihr werdet Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende finden, aber nur noch ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der Bevölkerung ist tatsächlich Hund. Und es wird auch eigentlich in kaum einem Restaurant noch angeboten, aber es gibt manchmal wirklich Restaurants, die nur auf Hundefleisch spezialisiert sind. Man darf nicht vergessen, natürlich auch Länder wie zum Beispiel Vietnam oder auch Taiwan oder auch gerne Laos, Kambodscha und so weiter und so fort sind auch alles Nationen, wo natürlich immer noch Hund gegessen wird. Dann der nächste Punkt ist natürlich auch noch mal die Kleidung. Wie ist denn das mit der Kleidung? Kann man als Westler drüben Kleidung finden? Wenn du dünn und klein bist, definitiv. Wenn du dem chinesischen Körperbild entsprichst, absolut. Bloß wenn du zum Beispiel wie ich sehr, sehr groß bist und auch sehr breit bist, dann ist es ganz, ganz schwer, Kleidung zu finden und vor allen Dingen auch, wenn du große Füße hast. Bei mir war es wirklich so, dass ich mir in China nichts kaufen konnte und das meine ich wirklich ernst. Also wenn ihr jetzt irgendwie denkt, du wirst ja wohl ein T-Shirt kaufen können. Nein, ich konnte mir nichts in China kaufen. Ich habe ein einziges Kleidungsstück mir in China kaufen können und das war die größte Größe, die ich überhaupt gefunden habe und selbst diese Jacke war mir einen Ticken zu eng. Das war praktisch eine Winterjacke, weil ich unbedingt eine Winterjacke brauchte. Ich konnte mir keine Socken kaufen, ich konnte mir keine Unterwäsche kaufen, keine T-Shirts, kein gar nichts und vor allen Dingen natürlich auch keine Schuhe. Ich habe Schuhgröße 51. Wenn du jetzt, ich würde mal sagen, wenn du unter 1,85 bist oder unter 1,80, dann kannst du dir auf jeden Fall alle möglichen Dinge in China kaufen. Ich würde dir vor allen Dingen empfehlen, dann noch online zu schauen, nämlich auf taobao.cn. Taobao ist praktisch eine chinesische Plattform, wo du alle möglichen Produkte kaufen kannst und dort gibt es auch meist etwas größere Größen, also bis 5XL. Ein 5XL ist ungefähr vergleichbar mit einem XXL beziehungsweise einem XL hier in der westlichen Welt. Da wirst du noch viele Produkte bekommen. Wenn es um Schuhe geht, würde ich halt auch wirklich nur online bestellen. Alles über Größe 45 wirst du eigentlich nicht bekommen. Vielleicht 44, 45 ist so das absolute Maximum. Aber 46, 47, 48 wirst du alles nicht bekommen. Wie gesagt, ich hatte früher eine chinesische Freundin und ich habe Schuhgröße 51. Ihr könnt euch vorstellen, was die vor Augen gemacht hat, als wir mal unsere Schuhe miteinander verglichen hatten, weil sie, glaube ich, hatte Schuhgröße sowas wie 34, 35 und ich hatte 51. Also, wie gesagt, da ist ein ganz schöner Unterschied dabei. Genau, sonst die Kleidung in China ist, denke ich mal, relativ stylisch. Viele Chinesen meines Erachtens sind sehr gut angezogen, vor allen Dingen viele Frauen oder viele Mädchen sind sehr, sehr gut angezogen und auch meist sehr klassisch angezogen. China ist ein Land, das nicht unbedingt besonders, sag ich jetzt mal, modern, was die Mode, also, sagen wir es mal so, China hat sehr klassische, sehr konservative Mode, die aber sehr schön ist, finde ich. Zum Beispiel hier in der westlichen Welt ist es so, ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten, aber dass viele, viele Mädchen sich sehr freizügig anziehen. Man sieht es vor allen Dingen natürlich auch gerne auf Plattformen wie Instagram, wenn man da einfach nur mal durch seinen Feed durchscrollt oder irgendeinen berühmten Star oder wen auch immer einen gibt, wird man eigentlich, ja, fast nur nackte Haut sehen und in China ist das halt definitiv nicht so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Mädchen sich zuknöpfen oder was auch immer im Sinne von, dass sie halt einfach Klamotten tragen, wo man nichts sieht, aber ich finde persönlich, das ist vielleicht eine sehr konservative Meinung, die ich auch durch China bekommen habe, aber dass es eher etwas Feines ist, in China nicht alles zu zeigen und ich finde das eigentlich ganz gut. Du wirst auch keine Jungs höchstwahrscheinlich sehen, die, was weiß ich, nur mit einem kleinen Tanktop oder was auch immer rumlaufen. Das ist einfach nicht so gesehen. China ist ein Land, wo es noch sehr, sehr viele, sag ich jetzt mal, Regeln gibt, die ich persönlich, aber viele von denen halte, ich für sehr sinnvoll. Es ist ein Land, das sehr konservativ ist und ich meine wirklich sehr konservativ, was ich übrigens als sehr gut finde und vor allen Dingen ist es auch ein Land und da kommen wir gleich nochmal zum Dating zu, das definitiv noch auf vielen konservativen Werten beruht, also wo es jetzt nicht so ist, dass man sehr ideologisch, sag ich jetzt mal, motiviert ist, sondern eher logisch motiviert ist. Dann kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, nämlich Schulsystem und Unis. Das ist auch wieder eine Frage, die ich immer wieder bekomme, nämlich wie sind denn drüben die Schulen? Sind die Schulen tatsächlich so hart, wie man es immer sagt? Ich muss ehrlich zugeben, dass die Schulen vom Arbeitspensum sehr, sehr hart sind. Es ist brutal, wie viele die Kinder dort drüben lernen müssen. Ist es vom eigentlichen Wissensgrad unseren Schulen überlegen? Was viele Fächer angeht, ja. Was andere Fächer angeht, nein. Halte ich die chinesischen Schüler für klüger als unsere Deutschen? Nein. Ich halte uns für ziemlich genau gleichintelligent. Es ist nicht so, dass in China die ganzen Schüler absolute Nerds sind und alle superbegabt sind oder hochbegabt sind, obwohl China das Land ist, das prozentual die meisten Hochbegabten der Welt hat oder Quatsch, nicht prozentual, absolut die meisten Hochbegabten der Welt hat, was natürlich bei der Bevölkerungsgröße auch, ja, wie gesagt, klar ist. Aber schlussendlich muss man halt sagen, dass die Leute oder die Kinder schon sehr gut ausgebildet sind, bloß, dass viele Unterrichtsmethoden vielleicht auch nicht besonders sinnvoll sind. Chinesische Schulen werden dominiert durch Frontalunterricht. Es ist definitiv nicht so, dass man einem Unterrichtsmodell folgt wie hier in der westlichen Welt, das sehr viel auf Teamwork und so weiter basiert. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich beide Systeme, also ich, sagen wir es mal so, ich finde Frontalunterricht besser als in Gruppenarbeiten. Ich bin nie ein großer Gruppenarbeitsfan gewesen aus folgendem Grund, weil ich immer das Gefühl hatte, dass man hier in Deutschland sehr darauf verzichtet, überhaupt Wissen beizubringen und eher nur versucht, irgendwelche Kompetenzen beizubringen, die aber, ja, die man eigentlich schon vorher hat. Aber wie auch immer. Ich bin kein großer Fan vom deutschen Schulsystem und ich glaube, viele von euch wissen das. Bin ich ein großer Fan vom chinesischen Schulsystem? Nein, absolut auch nicht. Bloß, ich denke, es muss irgendwas halt in der Mitte sein. Ich denke, die Leute oder die Kinder brauchen auf jeden Fall Wissen. Das Wissen muss auch einfach in uner Form beigebracht werden. Chinesische Schulen sind nicht praktisch, unsere sind auch nicht praktisch. Das heißt zum Beispiel, wenn es jetzt nach mir gehen würde, müsste man natürlich einen großen Grundstock an Wissen haben, viel Allgemeinbildung, viel auch historisches Wissen und so weiter und so fort und noch gerne über Mathe, Physik und so weiter. Bloß natürlich sollte man auch eine private, eine praktische Komponente dabei haben. Die hast du halt in beiden Systemen nicht. Ob das nun China ist oder ob das nun Europa ist oder die westliche Welt. Das Problem im chinesischen Schulsystem ist meines Erachtens das folgende, nämlich, dass die Kinder halt extrem viel lernen müssen und kaum noch eine Kindheit haben. Das ist auf jeden Fall so. Es ist auch übrigens so, dass viele chinesische Kinder die 5-Minuten-Pausen zum Schlafen nutzen. Es ist aber nicht aus dem Grund, weil sie so extrem müde sind, sondern weil vor allen Dingen in China immer wieder gesagt wird, Siouxi, mach ein bisschen Pause, entspann dich und für viele Chinesen ist es eine gute Entspannung und für mich irgendwann wurde es auch eine sehr gute Entspannung, einfach den Kopf auf den Tisch zu legen und ein bisschen zu schlafen. Das ist, denke ich mal, kulturell bedingt, nämlich wenn alles machen, dann macht man es selbst auch und bei mir war das auch so, dass ich irgendwann das sehr genossen habe und viel ist auch so, zum Beispiel, dass man in 5-Minuten- oder 10-Minuten-Pausen probiert, halt Gesichtsmassagen zu machen und so weiter und so fort. Da gibt es viele unterschiedliche Strategien, die auch oft angewendet werden, schon von Schulseite her, dass er so praktisch die Schule vorschreibt, okay, wir machen heute mal alle zusammen eine Gesichtsmassage, was dazu, oder eigentlich jeden Tag eine Gesichtsmassage, was dazu beitragen soll, dass weniger Falten entstehen und so weiter und so fort, aber wie gesagt, da gibt es viele unterschiedliche Massagen, sonst natürlich ist es auch an der Tagesordnung oder zumindest mehrmals die Woche, dass man halt in China Sport treibt. Chinesische Schüler sind nicht besonders sportlich, habe ich das Gefühl. Es gibt in China aber auch Schüler, die extrem sportlich sind. Zum Beispiel, die Freundin, die ich damals hatte, war praktisch eine Läuferin, die auch Ambitionen hatte, ins chinesische Olympiateam zu kommen und die auch heute an der Beijing Daxi oder Beijing Tüü Daxi ist, also einer chinesischen, einer Pekinger, ja, sag ich jetzt mal, Sportgymnasium, Sportuniversität und sie war halt auch eine Person, die jeden Tag vier Stunden trainiert hat. Also nach der Schule sofort dann in die Turnhalle und dann wurde sofort erstmal gesprintet, weil sie war halt Sprinterin, dann lange Lauf, dann Gewichte und dann halt auch die richtigen Supplements und so weiter und so fort. Also die Chinesen sind da schon sehr, sehr akribisch und das halte ich natürlich persönlich für manchmal vielleicht etwas überzogen, aber die Ergebnisse lassen sich sehen. Also man darf nicht vergessen, die Schüler dort drüben, was auch Sport und so weiter angeht, sind unseren Meilenwald überlegen. Also da kannst du noch nicht mal das meiste Sportgymnasium mit vergleichen. Ich meine, da werden Leute ausgebildet, die Weltrekorde knacken, da sind unsere Gegend doch schon sehr stark unterlegen. Aber wie auch immer. Dann der nächste Punkt ist natürlich auch nochmal die Unis. Also wie sind die Unis aufgebaut? Es ist um echt zu sein so, wenn du das Gaokao bestehst. Gaokao ist die große Prüfung am Ende der Schulaufbahn, am Ende praktisch der Oberschule. Wenn du Gaokao bestehst, mit einer guten Note, kannst du halt auch in gute Unis gehen. Wenn du Gaokao nicht bestehst, kannst du eigentlich schwer nur noch an Unis gehen. Wenn du Gaokao mit einer schlechten Note bestehst, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht in größeren Städten studieren können, sondern eher halt nur in wirklich kleineren Städten, in kleineren Unis. Das Problem ist dann, oder nicht das Problem, sondern eher das Schöne vielleicht sogar ist, wenn du an eine Uni gehst, ist es sehr, sehr schwer, tatsächlich die Uni nicht zu bestehen. Also es ist nicht so elitär, wie man denkt an die Unis. Es ist viel entspannter als hier an deutschen Unis und vor allen Dingen wollen natürlich auch die Unis in China nicht, dass die Schüler durchfliegen. Genau deswegen ist es halt oft so, dass die Schüler so ein bisschen durchgelotst werden. Das soll nicht heißen, dass die Unis nicht hart sind, sind definitiv hart, aber sagen wir es mal so, du kannst auch, wenn du dich nicht extrem anstrengst, die Unis in China bestehen. Dann der sechste Punkt, nämlich Freizeit. Wie gestaltet man am besten seine Freizeit? Bei mir persönlich war es so, als ich in China lebte, habe ich sehr viel Batman gespielt, habe sehr viel trainiert, war auch sehr, sehr viel mit meinem Fahrrad unterwegs, habe grundsätzlich immer probiert, mich irgendwie sportlich zu betätigen und bin genau deswegen, auch habe immer probiert, auch möglichst viel kennenzulernen. Freizeit von Chinesen ist vor allen Dingen Gaming. Viele Chinesen lieben es, spielen zu gehen, dann abends zum Beispiel geht man schön zusammen ins Restaurant, sonst natürlich, China ist ein Land der harten Arbeiter und der Studenten, es wird immer gerne etwas gelernt. Fernsehen, habe ich immer das Gefühl gehabt, ist nicht so wichtig für die Chinesen wie viele andere Dinge. Gutes Essen, Gemeinsamkeit, Sport sind, denke ich mal, viel, viel wichtiger als das Fernsehen schauen und das, wie gesagt, war so eine Sache, die sich für mich sehr herauskristallisiert hat. Sonst natürlich, meine persönliche Freizeit habe ich oft mit meinen Freunden verbracht, habe ich oft damit verbracht, einfach das Land kennenzulernen und gerade wenn du rübergehst, wenn du nach Peking gehst oder irgendwo anders hin, würde ich dir natürlich auch sehr empfehlen, einfach mal das Land und die Leute kennenzulernen und dich nicht bei dir zu Hause einzuschließen. Sonst, das Wichtigste ist natürlich auch nochmal, dass du versuchst, Freunde zu finden. Freunde zu finden ist meines Erachtens wirklich nicht das Problem. Wenn du kein Chinesisch kannst, kannst du natürlich ein bisschen schwerer werden und vor allen Dingen, wenn du keinen sozialen Kontakt hast. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, zum Beispiel in Fitnesscenter zu gehen also mit anderen Ausländern oder was auch immer, dass du halt irgendwie erstmal dir eine Freunde aufbaust und dass du auch dann probierst, so schnell wie möglich chinesische Freunde zu finden, weil natürlich dann du auch sehr schnell die Sprache erlernen wirst. Du wirst nicht einfach nur die Sprache so aufnehmen können, wenn du mit den Leuten dich ein bisschen unterhältst oder was auch immer. Du musst schon wirklich dich über Bücher knien und das Ganze lernen. Bloß wenn du halt Freunde hast, geht das Ganze doch sehr, sehr viel schneller. Sonst natürlich, viele Chinesen arbeiten halt sehr, sehr hart. Es kann gut sein, dass du mit deinen Freunden nicht so oft abhängen kannst, wie hier in der westlichen Welt. Freunde zu finden ist meines Erachtens nicht besonders schwer, wenn du halt einfach wenn du offen bist und dich mit Leuten versuchst zu unterhalten oder einfach mal wenn Leute dich einladen mit dir zu essen, was sehr, sehr oft passieren kann, dass du einfach irgendwo vorbeiläufst und Leute sagen, komm, setz dich mit uns hier hin, wir geben dir einen aus, dass du das einfach mal machst. Setz dich mit den Leuten hin, versuch ein bisschen zu quatschen, lad dir zum Beispiel die App WeChat runter, dann versuch zum Beispiel einfach die Kontakte von Leuten zu bekommen, die mir gegenseitig über WeChat addet und so weiter und so fort und dann zum Beispiel miteinander schreibt, einfach mal ein Treffen macht, abends in eine Bar geht oder was auch immer. Das, denke ich mal, ist immer eine ganz gute Option. Sonst, der achte Punkt ist natürlich Dating. Wie ist das ganz genau in China? Naja, ich kann euch schon mal Folgendes sagen, es ist halt ein sehr konservatives Land. Es ist definitiv so, also sagen wir so, Tinder ist auch so eine App, die sich langsam so ein bisschen zumindest in China, die ein bisschen in China Fuß fasst. Es ist nicht so weit gebraucht, wie hier in der westlichen Welt, es ist nicht mehr annähernd so. Die meisten Chinesen sind, wie gesagt, sehr konservativ, was das Ganze angeht. Da wird, wenn wirklich Interesse aneinander besteht, ist es oft so, dass man erst den Eltern vorgestellt wird oder halt, dass es erstmal relativ formell ist, nämlich, dass man zum Beispiel zusammen ins Restaurant geht und nach einem Film gucken geht oder was auch immer. Das ist eigentlich so die populäre Art, sich kennenzulernen und dann, wie gesagt, anschließend ist es meist nicht so, dass da was beim ersten Date passiert, sondern dann halt erst bei ein paar Dates später. Man sollte auch grundsätzlich nicht zu pushy sein als Investler. Ich bin jetzt zwar, wie gesagt, kein Dating-Coach und vielleicht auch kein Experte, was das Ganze angeht, aber ja, ich kann dir zumindest so ein paar Dinge sagen, vor allen Dingen, wenn dich dann dein Freund oder deine Freundin zu den Eltern einlädt, dann ist das schon mal ein wichtiges Zeichen und gerade, wenn du halt zu Eltern eingeladen wirst, dann bring auf jeden Fall ein Geschenk mit, zum Beispiel, wenn der Vater raucht, bring ihm eine schöne Stange Zigaretten mit oder vielleicht eine Flasche Alkohol mit irgendwas Schönem dazu, vielleicht für die Mutter irgendwelche Beauty-Produkte oder was auch immer. Das sind so typische Geschenke, die sehr, sehr viele chinesische Eltern gerne haben möchten. Es ist natürlich jetzt nicht so, das ist immer so eine Sache, vielleicht zu sehr überspitzen, nämlich es ist natürlich oft so, dass gerade die YouTuber sagen werden, oh, es ist so ein Riesenproblem, wenn du kein Geschenk mitnimmst, die werden enttäuscht sein und so. Sagen wir es mal so, es ist natürlich gut, wenn du ein Geschenk mitbringst. Das ist schon sehr höflich und sehr nett, aber die werden dir nicht den Kopf abreißen, wenn du jetzt vielleicht hast falsche Geschenke oder kein Geschenk dabei hast. Zum Beispiel auch eine Sache, die ich immer wieder höre, ist schenke keinesfalls Messer, schenke nicht diese Farbe und so weiter und so fort. Wenn du jetzt in ein vielleicht altes, traditionelles Dorf gehst, ja, dann ist das vielleicht nicht so gut, wenn du irgendwie Messer schenkst, weil das vielleicht irgendwie die Verbindungen zerschneiden könnte zwischen euch und das gibt es immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein gutes deutsches Messer jemanden mitbringe in Peking, die doch eigentlich in allen Pekingen sind, zumindest so modern, dass sie sich darüber freuen und dass sie nicht da irgendwie sagen, aus historischen Gründen finde ich das nicht schön oder aus kulturellen Gründen, keine Sorge, das wird nicht passieren. Also macht dir darum keine Sorgen, bring dir einfach ein nettes Geschenk mit, was von Herzen kommt, was schön ist, vielleicht auch mal ein paar deutsche Süßigkeiten oder vielleicht ein Bier aus Deutschland oder einen packen Kaffee oder was auch immer. Einfach nur, dass du halt ein schönes Mitbringsel hast, weil die Geste macht es meistens. Ohne Geschenk zu kommen ist natürlich jetzt nicht die perfekte Option, habe ich auch schon leider gemacht, ist aber wie gesagt nicht so problematisch, wie viele Leute es darstellen. Auf was achten chinesische Eltern? Weil egal wie alt die Person ist, die du daten wirst, du wirst immer die Eltern kennenlernen. Ob die Person 40 ist oder 20, ob die Person 50 ist oder 30, ist es komplett irrelevant. Solange die Eltern noch leben, wird praktisch der Freund oder die Freundin oder die Frau oder der Mann wird praktisch den Eltern vorgestellt. Vor allen Dingen sucht natürlich chinesische Eltern nach einem Mann, also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es um Männer geht, nach einem Mann, nach einem Ehemann, der für die Tochter sorgen kann. Wenn es jetzt um zum Beispiel eine Tochter geht, also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du bist eine Deutsche und du möchtest einen Chinesen heiraten, dann gibt es da eigentlich relativ wenig Dinge, die du beachten solltest. Du solltest einfach nur ein guter Mensch sein, du solltest treu sein und vor allen Dingen vielleicht dich nicht zu freizügig anziehen. Das denke ich mal ist so eine Sache, die die meisten chinesischen Eltern nicht möchten. Wenn du ein Mann bist, wird von dir erwartet, dass du natürlich auch für deine Frau sorgen kannst und dass du natürlich auch treu bist und dass du verlässlich bist. Auch wenn hier der Begriff der Treue tatsächlich ein wenig weniger gewichtet ist. Das soll nicht heißen, dass man nicht treu sein soll, sondern einfach nur, dass halt hier die finanzielle Situation doch schon um einiges wichtiger ist. Natürlich ist Liebe auch ein Faktor, der sehr wichtig ist, definitiv. Bloß gerade, weil halt China so ein Land ist, das aufstrebend ist, ist es auch einfach gut, wenn du Geld hast. Das ist nicht der Grund. Zum Beispiel, oft wird ja Asiatin vorgeworfen, dass sie Männer nur, gerade westliche Männer, nur wegen Geld heiraten. In China habe ich nie so wirklich das Gefühl gehabt, gerade wenn du halt in größeren Städten bist. Sicherlich in ärmeren Regionen kann sowas vorkommen, aber China ist meines Erachtens nicht so ein Land. Es gibt viele andere Länder, wo das der Fall sein kann, sei es zum Beispiel Thailand. Ich möchte jetzt da nicht irgendwie alle Leute bei einem Kamm scheren, aber da gibt es ja gerne mal diese Storys, dass wie gesagt, Thai-Frauen dann halt nur nach dem Geld hinterher sind. In China ist das eher nicht so. Sonst natürlich, auf welche Dinge sollte man vielleicht noch achten. Wie gesagt, seid nicht zu vorschnell, habt, ja, sag ich jetzt mal, ein bisschen Zeit, ein bisschen Nerven. Also jetzt versucht nicht, alles zu schnell anzugehen und vor allen Dingen, seid respektvoll und seid nicht zu westlich. Genau, dann der nächste Punkt, Reisen innerhalb Chinas. Geht das gut? Ja, definitiv. Das Problem ist bloß, du kannst eigentlich in kaum steht mit einem Motorrad fahren. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Motorrad kaufst oder mietest, weil du denkst, okay, das ist der beste Weg, überlang zu fahren, nein. Zum Beispiel in Peking und Shanghai kannst du eigentlich fast nirgendwo mehr mit einem Motorrad legal fahren. Wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist, du darfst mit dem Motorrad nicht auf Highways fahren, du dürftest natürlich über die kleinen Wege fahren, was ganz interessant sein kann, weil man dann natürlich auch China außerhalb der großen Straßen kennenlernt. Bloß ich würde dir eher vorschlagen, wenn du wirklich China bereisen möchtest. Also persönlich, ich finde, die beste Option wäre mit dem Motorrad, aber wenn es dir darum geht, jetzt nicht für Wochen am Stück unterwegs zu sein, nur um halt von einer zur anderen Stadt zu kommen, würde ich dir auf jeden Fall das Bahnnetz in China empfehlen, was sehr gut ausgebaut ist, jetzt auch mit einigen Highspeed-Trains, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren und das ganze System ist sehr gut organisiert. Zugtickets sind nicht besonders teuer, du wirst vielleicht bei einem Zugticket auch über längere Strecken bei nicht mehr als 20, 30 Euro liegen und ich meine wirklich längere Strecken von zum Beispiel halt irgendwie 14 Stunden oder was auch immer. Sonst ist natürlich auch nochmal wichtig zu überlegen, möchte man das Ganze mit einem Auto abfahren, das wäre auch gar nicht mal so eine schlechte Option. Es kann aber riesige Stausgrämen geben, gerade zum chinesischen Neujahrsfest, da würde ich im Ernst sein nicht zu viel mit dem Auto fahren, weil du halt einfach Ewigkeiten im Stau stehen wirst. Dann natürlich auch nochmal Busse, zum Beispiel so Nachtbusse und so weiter, würde ich die empfehlen. Die sind halt ultra, ultra billig, aber eher nicht. Ich war selbst tatsächlich schon mal in einem von diesen Bussen, das ist meist halt die arbeitende Bevölkerung, die zum Beispiel in der Stadt lebt und dann halt aus der Stadt rausfährt oder halt andersrum. Diese Busse sind, ja diese Busse sind einfach nur eine Tortur. Das würde ich immer jetzt euch nicht vorschlagen. Gebt lieber das ein bisschen mehr Geld aus für den Zug. Und dann natürlich noch der letzte Punkt ist, ach ja, vielleicht noch eine Sache dazu, nämlich es ist gerade auch oft so, dass, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so, aber es ist schon immer so gewesen, dass du in vielen kleineren Städten als Westler nicht die Möglichkeit hast, in ein Hotel dich einzukwartieren. Deswegen ist es meines Achtens wirklich keine dumme Idee, einfach sich ein Zelt als absolute Notlösung mitzunehmen. Ich denke nicht, dass es dir passieren wird, dass du nie ein Hotel finden wirst, aber es kann gut sein, dass dich ein Hotel nicht annehmen wird, weil du halt einfach ein Westler bist und weil sie nicht wissen, wie sie dich genau anmelden sollen, weil sie müssen sich praktisch polizeilich anmelden und wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie ein Touristenvisum oder so hast und es ist ein Hotel, das noch nie vorher einen Tourist gehabt hat, dann werden die sich damit höchstwahrscheinlich nicht auskennen und sagen halt einfach, okay, wir nehmen keine Westler an. Und dann der letzte Punkt, der doch, denke ich mal, sehr umstritten ist, ist natürlich die Politik und die Meinungsfreiheit. Ich hatte ja bereits gesagt, dass praktisch die Politik nicht die Menschen charakterisiert oder ja, dass die Politik natürlich immer abgekoppelt ist von Menschen. Die Menschen auch zum Beispiel, das ist immer ein Vergleich, den ich ganz gerne mache, wenn man zum Beispiel sich Nordkorea anguckt. Wie gesagt, ich möchte jetzt Ihnen, wie gesagt, ich möchte immer so objektiv sein, wie das irgendwie möglich. Ein Staatsmann, denke ich mal, der sehr kontrovers ist, der vielleicht seinen Leuten wirklich viel Schlechtes tut, vielleicht auch etwas Gutes oder viel Schlechtes tut, der vielleicht auch, wie gesagt, ja, atomarisch, Strikes und so weiter sofort auf der ganzen Welt durchführen möchte, der ist, wie gesagt, vielleicht einfach verrückt, was viele Dinge angeht. Das heißt aber nicht, dass die Bevölkerung verrückt ist. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht China mit Nordkorea vergleichen. Es soll einfach um die Sache gehen. Aber wenn es zum Beispiel Entscheidungen gibt von der chinesischen Regierung, die ich nicht gut finde, dann, wie gesagt, muss man das klar so aussprechen. Zum Beispiel, sobald es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, ist das unverzeihlich. So lange es, sobald es zu wirklich Problemen kommt, die Menschen einschränken, wo es, ja, die einfach, wie gesagt, zum Beispiel mit Menschenrechten zu tun haben und so weiter und so fort, dann ist das unverzeihlich und das kann man einfach nicht gut sprechen. Bloß, es gibt natürlich auch viele andere Dinge, die die Regierung sehr gut macht. Man muss ja echt zugeben, dass das Land sich sehr gut entwickelt hat. Zum Beispiel, ich weiß, von meinen Gasteltern damals, als ich in China lebte, dass sie, als sie noch zur Schule gingen, morgens mit dem Stock durch die Schule durchlaufen mussten, um halt die Ratten totzuschlagen. Und im Winter zum Beispiel mussten sich alle Leute dick anziehen, weil sie keine gut funktionierende Heizung hatten. Sie hatten zum Beispiel nur so eine Central Heating Unit und die wurde einfach nicht heiß genug, um in die ganzen Klassenräume die Hitze zu transportieren. Sie hatten auch zum Beispiel keine WCs im Schulgebäu, sondern mussten im Winter raus auf Dixi-Klos und das war vielleicht noch vor 30, 40 Jahren und heute sind die Schulen dort drüben in vielen, vielen Orten weit besser ausgestattet als unsere deutschen Schulen hier. Und die meisten Leute tatsächlich in China sind auch nicht gegen die kommunistische Partei. Es ist oft so, dass die westlichen Medien das immer so hinstellen, wie, ah, die Chinesen hätten keine Stimme und so weiter und so fort. Und sicherlich mag es da auch einige Dinge geben, die nicht besonders korrekt ablaufen, aber ich habe, wie gesagt, lange drüben gelebt und ich habe mich mit vielen, vielen Leuten, auch übrigens über Politik, unterhalten. Die meisten Leute sind sehr zufrieden mit der Politik, weil halt einfach ihr Leben tagtäglich verbessert wird. Bloß natürlich kommt jetzt auch China langsam an einen Punkt, wo man merkt, okay, sie sind extrem weit entwickelt, gerade in größeren Städten, was soll jetzt noch kommen? Und genau deswegen fangen jetzt langsam Leute natürlich auch an, mehr zu sparen, wieder konservativer zu werden, was diese Dinge angeht und so weiter und so fort und nicht einfach ihr Geld in irgendwelche neuen Investments reinzuschmeißen und so weiter und so weiter, sondern eher halt wieder so ein bisschen protektionistisch zu werden und vielleicht auch wieder ein wenig gegen den Westen zu wettern. Nämlich in den 2000ern beziehungsweise noch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, 2015 ungefähr, war es wirklich noch so, dass die Leute Westler liebten und jetzt merke ich langsam natürlich auch wieder so, dass diese nationale Identität so ein bisschen wieder in den Vordergrund gerückt wird und dass es auch Stimmen gegen die westliche Welt gibt und vor allen Dingen haben viele Chinesen noch Angst vor Terrorattacken und auch die chinesische Regierung hat natürlich auch angekündigt, dass sie nicht unbedingt die westliche Ideologie als die Ideologie sehen, die China in die Zukunft führt und wie gesagt, das ist deren Entscheidung, da maße ich mir nicht an, drüber zu urteilen. Heißt es aber nun, dass ich die Politik gut finde? Es ist einfach zweigespalten. Es gibt sicherlich Dinge, die ich nicht gut finde, es gibt aber viele Dinge, die ich gut finde und ich denke, genau so sollte man alles betrachten. Wenn etwas nicht gut ist, dann muss man das als nicht gut bezeichnen. Wenn etwas gut ist, muss man es als gut bezeichnen. Und eine Sache, die ich auch immer wieder höre, ist nämlich, wie ist denn das eigentlich mit der Meinungsfreiheit? Wird denn die Meinungsfreiheit eingeschränkt? Ich muss echt zugeben, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass meine Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ich weiß aber, dass es tatsächlich YouTuber gibt, die Probleme ein bisschen bekommen haben, weil sie halt Dinge gesagt haben, die sie nicht hätten sagt sollen. Zum Beispiel bei mir, ich hätte höchstwahrscheinlich nicht das Problem, weil ich eigentlich meist sehr, sehr positiv über China spreche, weil ich persönlich auch nur sehr viel Positives bisher über China oder in China erlebt habe. Sicherlich auch negative Dinge, aber für mich persönlich ist es ein Land, das ich sehr gerne mag, weil ich mich, wie gesagt, in diesem Land zurechtfinden kann. Jetzt zum Beispiel YouTuber oder andere Leute, die ins Land gehen und sich überhaupt nicht zurechtfinden. Bei denen kann ich es vielleicht eher verstehen, dass sie einfach frustriert sind und sagen, ah, das Land ist doch nichts für mich. Ich kann dir aber wie gesagt nur Folgendes sagen, deine Meinung wird höchstwahrscheinlich, solange du jetzt nicht dich mit einem Megafon auf den Tiananmenplatz stellst und schreist, dass die kommunistische Partei doof ist, solange du das nicht tust, wirst du höchstwahrscheinlich keine Probleme bekommen. Das ist nicht so ein diktatorischer Staat, wie man es denkt und vor allen Dingen auch, ist er weit freier, als man denkt. Freiheit und Gesetzlosigkeit sind so zwei Begriffe, die viel überlappen, die aber eigentlich zwei andere Begriffe sind. Ich kann dazu schon mal nur Folgendes sagen, nämlich in China ist wenig reguliert und ich persönlich bin immer ein großer Fan von Ländern, wo es wenig Bürokratie gibt und wenig Regulations praktisch und genau deswegen mag ich vielleicht doch China so. Das ist natürlich aber auch wieder ein zweischneidiges Schwert, gerade wenn es um solche Dinge geht, wie zum Beispiel Gesundheit, Essen, Food Safety und so weiter und so fort. Aber gut, das war jetzt praktisch hier meine vielleicht nicht ganz so kurze Analyse vom Leben in China, in Peking. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentarsektion. Ich freue mich immer auf deine Fragen. Sonst natürlich, wenn du mich anschreiben möchtest, ich habe nochmal meine Kontaktdaten in der Videobeschreibung, da kann ich dir auch gerne bei Fragen persönlich weiterhelfen. Wenn du jetzt irgendwann mal nach China gehst, viel Spaß, es wird eine gute Zeit werden und wenn irgendwas ist, ich bin jederzeit für dich da. In diesem Video würde ich dir gerne zehn Gründe nennen, warum ich China so gerne habe, warum ich dort bereits gelebt habe und vor allen Dingen, warum ich dort höchstwahrscheinlich eines Tages wieder leben werde. Und bevor du jetzt den Cursor bereits auf den Dislike-Button bewegst, bitte schau dir erst dieses Video an. Nämlich, ich weiß, China an sich als Thema ist ein sehr kontroverses Thema. Zum Beispiel gerade wegen der Inhaftierung von Uiguren in der westlichen Provinz Xinjiang oder zum Beispiel wegen dem Social Credit System, das es praktisch legal macht, Leute abzuhören. Und es sei schon mal so viel gesagt, all dies sind Dinge, die wirklich bedenklich sind. Und ich möchte auch mit dir über diese kontroversen Themen heute hier in diesem Video sprechen. Ich hatte in China für etwas mehr als ein Jahr gelebt und gehe dort praktisch jedes Jahr wieder zurück, um einige Monate dort zu verbringen. Ich hatte im Jahr 2015 bis zum Jahr 2016 dort gelebt und hatte wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens. Und viele von euch hatten mich in den Kommentarsektionen von meinen Videos gefragt, zum Beispiel, Leon, wieso hast du dort drüben gelebt? Warum gehst du immer wieder zurück? Und es gab natürlich auch einige negative Stimmen, die zum Beispiel gesagt haben, wie kann man denn wohl oder warum sollte man überhaupt in China leben? Es ist doch wirklich eines der Länder, das überhaupt nicht frei ist. Und ich möchte, wie gesagt, all diese Themen einfach mal in diesem Video abarbeiten und viele Dinge vielleicht mir erklären, die für Außenstehende etwas, ja, komisch wirken oder vielleicht, die nicht besonders gut erklärt werden von westlichen Medien. Nämlich, als ich nach China gegangen bin, hatte ich ein wirklich komisches, mulmiges Gefühl im Bauch. Ich hatte immer gedacht, dass China ein Land ist, das mir meine kompletten Freiheiten nimmt. Das wirklich ein Land ist, das diktatorisch ist. Ich hatte, wie gesagt, an Mao gedacht, hatte an die Rote Revolution gedacht und dachte mir, mein Gott, wieso gehe ich denn da überhaupt hin? Ich hatte in China gelebt aufgrund eines Schüleraustausches, hatte damals ein Vollstipendium für dieses Jahr bekommen, weil ich damals, wie gesagt, noch kein erfolgreicher Unternehmer war, leider. Und jetzt, wie gesagt, ist es eines meiner liebsten Reiseziele. Ich gehe immer wieder ins Land zurück und sehe das wirklich als eines der schönsten Länder vielleicht der Welt. Und das, wie gesagt, ist sehr subjektiv. Da müsst ihr keinesfalls zustimmen mit. Aber auf jeden Fall hatte ich in China gelebt durch einen Schüleraustausch und hatte dort, wie gesagt, in Peking gelebt, hatte in einem Vorort namens Tongzhou gewohnt, in einer Gastfamilie, hatte eine kleine Tochter praktisch dort, also nicht meine Tochter, sondern hatte eine Gastschwester und, wie gesagt, dann zwei Gasteltern und einen lieben, netten Hund, Yimbao, den ihr wahrscheinlich hier auch nochmal irgendwann in diesem Video sehen werdet. Das Erste, was ich schon mal sagen muss, ist natürlich, dass ein Schüleraustausch in einer großen Stadt nicht unbedingt repräsentativ ist für das Leben in China. Es muss klar differenziert werden zwischen großen Städten und kleineren Städten, es muss differenziert werden zwischen unterschiedlichen Tiercities, zum Beispiel, es gibt ja Tier City One, das ist zum Beispiel Shenzhen, Beijing, Shanghai oder zum Beispiel Guangzhou, dann gibt es Second Tier Cities, das sind dann praktisch nicht so extrem weitentwickelte Städte, aber schon doch relativ große Städte, wie zum Beispiel Fuzhou, sag ich jetzt mal, und dann gibt es natürlich Third und Fourth Tier Cities, das heißt sehr viel kleinere Städte und Fourth Tier Cities sind da wirklich Städte, die vielleicht gerade mal 100.000 oder weniger Einwohner haben, das wie gesagt, sind für China sehr kleine Städte und das sind auch meist Städte, die nicht besonders entwickelt sind. Man muss also wirklich hier differenzieren zwischen größeren Städten und der Countryside, das heißt praktisch kleineren Orten irgendwo draußen auf dem Land und die Mentalität von Menschen in Städten ist natürlich offener als zum Beispiel von Menschen auf dem Land. Man kann grundsätzlich aber sagen, dass China ein sehr konservatives Land ist. Ich würde aber keinesfalls sagen, dass China ein kommunistisches Land ist und das denke ich mal ist eine relativ kontroverse Meinung, nämlich natürlich gibt es die kommunistische Partei, natürlich gibt es die eine Partei, die an der Spitze steht. Man muss aber einfach zugeben, dass in China Geld alles ist. Wenn du Geld hast in China, dann kannst du die kaufen und kannst machen, was du möchtest und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass China an sich fast kapitalistischer ist als die meisten Länder hier drüben, weil du in China wirklich alles mit Geld erkaufen kannst, ob das nun Macht ist, ob das nun zum Beispiel eine Partnerin ist, du kannst praktisch mit Geld alles machen und wie gesagt, das ist nicht auf meinem Acker gewachsen, das ist einfach nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Kommen wir aber mal zum ersten Grund, warum ich China so gerne habe und dieser Grund wird viele von euch, denke ich mal, ein wenig stutzig machen, nämlich der Grund Freiheit. China ist eines der Länder, das mir persönlich mehr Freiheiten eröffnet hat als jedes andere Land auf der Welt, in dem ich bisher war und wie gesagt, ich bin bisher ganz schön weit schon rumgekommen. Es sei aber übrigens auch schon mal gesagt, nämlich ich hatte ja eben gerade angesprochen, dass man differenzieren muss zwischen kleineren Städten und größeren Städten. Ich bin wie gesagt auch in China sehr viel gereist, ich habe sehr viel gesehen von China, ob das nun größere Städte sind, kleinere Städte sind, Countryside und so weiter und so fort. Das wie gesagt, habe ich alles auch mitbekommen und konnte wie gesagt dort viele Eindrücke sammeln. Kommen wir aber zum Begriff der Freiheit zurück, nämlich viele von euch werden sich jetzt denken, China ist ja wohl eines der Länder, das wahrscheinlich die Freiheit am meisten einschränkt und das habe ich auch gedacht. Als ich das erste Mal nach China gegangen bin, weiß ich noch, saß ich am Flughafen hier in Berlin am TXL und hatte wie gesagt einige Tränen verdrückt, weil ich mir einfach dachte, mein Gott, was mache ich denn da eigentlich? Wieso gehe ich denn jetzt nach China? Ich kann damals, konnte ich absolut gar keinen Chinesisch, also keinen Mandarin. Ich hatte keine Ahnung vom Land und habe einfach das auf blauen Dunst gemacht und wollte nach China gehen. Und was mir dann aber aufgefallen ist, ist, dass China eines der am wenigsten regulierten Länder überhaupt ist. Nämlich in China kannst du praktisch tun und lassen, was du möchtest, solange du jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwelche illegalen Sachen machst im Sinne von gegen die Partei oder so. China ist ein Land, wo es viele Scammer, viele Fälscher und so weiter sofort gibt, aber auch die größten Chancen, die es praktisch in irgendeinem Land der Welt gibt. In China gibt es die Möglichkeit, irre viel Geld zu verdienen oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, gar kein Geld zu verdienen. Du wirst sowieso in China immer Folgendes merken, es wird, du wirst einmal dein schlechtestes, das schlechteste Essen aller Zeiten essen und einmal das beste Essen aller Zeiten essen. Du wirst einmal die vielleicht unschönen, aussehendsten Frauen oder Männer sehen und einmal die schönsten Frauen und Männer sehen, die du jemals gesehen hast. Du wirst die größte Armut sehen, aber auch den größten Reichtum und so weiter und so fort. China ist wirklich ein Land, wo es extreme Unterschiede gibt zwischen Arm und Reich und vor allen Dingen ist es auch ein Land, wo du, ja, wenn du dich anstrengst, wenn du gut bist, wenn du einen Durchblick hast, extrem viel erreichen kannst. Da ist wirklich the sky the limit und das meine ich vor allen Dingen aus folgendem Grund. Ich bin ja Unternehmer. Ich bin Unternehmerisch tätig, habe mehrere Unternehmen gegründet und verdiene sehr gutes Geld. Wenn ich Unternehmer in China wäre, wüsste ich aber jetzt schon ganz genau, würde ich höchstwahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr verdienen, weil das größte Problem, das ich hier in Europa sehe, ist natürlich, dass alles reguliert ist. Es gibt eine komplette Überbürokratie. Bürokratisch gesehen ist Deutschland eine reine Katastrophe und vor allen Dingen, wenn es auch um solche Dinge geht, wie die DSGVO oder zum Beispiel andere Datenschutzverordnungen, ist Deutschland einfach rückschrittig. Und das Problem, was ich vor allen Dingen an Deutschland oder der westlichen Welt grundsätzlich sehe, ist, dass wir eine sehr politisch korrekte Gesellschaft sind. Wir sind Leute, die darüber nachdenken, ob es 72 Geschlechter gibt. Wir sind Leute, die darüber nachdenken, doch mal unbedingt Unisex-Toiletten einzuführen, weil das das Wichtigste ist, das man auf der ganzen Welt tun kann. Es sind alles idiotische Themen, über die man kaum sprechen sollte. Es sind Themen, die man vielleicht besprechen sollte und die man auch schnell abhaken sollte, weil sie einfach faktisch falsch sind oder von extremer Ideologie geleitet werden. Es sind aber komischerweise Themen, die in den Vordergrund gerückt werden. China, das ein sehr kontroverses, ja, das ein sehr konservatives Land ist, würde sich niemals über solche Dinge unterhalten. Debatten über all solche Dinge, die ich gerade eben nannte, gibt es in China nicht. Und das, wie gesagt, kommt vor allen Dingen dadurch, dass A, die Politik sowas nicht bespricht, es ist nicht im öffentlichen Fokus, aber vor allen Dingen ist es auch einfach kein Thema, das die Leute interessiert. Die meisten Leute in China sind darauf bedacht, ihr eigenes Leben zu verbessern. Sie wollen mehr für sich selbst erreichen. Es gibt in China so viele Milliardäre wie in keinem anderen Land der Welt. Ich glaube, USA noch mehr und danach kommt aber auch schon China. Und es ist wie gesagt einfach eins der Länder, wo du extrem viel erreichen kannst, wenn du es auch möchtest. Zum Beispiel hier habe ich das Gefühl, dass dir immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, gerade als Unternehmer. In China habe ich dieses Gefühl nicht. Deswegen sage ich aber auch, es gibt viele Fälscher, es gibt viele Scammer, es gibt Leute, die zum Beispiel gefälschten Alkohol verkaufen und da kannst du nur ordentliche Vergiftung bekommen. Es gibt Leute, die wie gesagt zum Beispiel selbst Bier faken, wo die Profitmargin bei so gut wie Null ist, aber dennoch faken sie es einfach, um ein paar Cent zu machen. Und in China gibt es aber auch großartige Technologien, Durchbrüche, was viele Dinge angeht und vor allen Dingen habe ich immer das Gefühl gehabt in China, dass alles funktioniert. Und das ist vielleicht eine sehr subjektive Meinung, aber zum Beispiel die Bahnen kommen zur richtigen Zeit, die Leute werden auch dafür, auf Englisch würde man sagen accountable, sie müssen dafür gewährleisten, dass sie tatsächlich auch zur richtigen Zeit kommen. Grundsätzlich gefällt mir die Pünktlichkeit in China, die Leute sind wie gesagt toll und die Freiheit, die einem diese Gesellschaft meines Erachtens ermöglicht, ist genial. Zum Beispiel auch eine Sache, die ich immer dachte, war, dass China ein Existenz extremer Polizeistaat ist. Nämlich, dass du, dass alles kontrolliert ist, dass wenn du zum Beispiel ein Kaugummi auf die Straße spuckst, dass sofort ein Polizist ankommt und dir eine überknüppelt, salopp mal gesagt, nein, so ist es keinesfalls. Du kannst in China tun lassen, was du möchtest, solange du jetzt nichts gegen die kommunistische Partei sagst. Und ich weiß sowieso, dass auch das höchstwahrscheinlich nicht das Riesenproblem ist. Zum Beispiel, ich hatte bei mir in der Straßenecke immer einen Mann stehen, der, ich glaube, er war geistig ein wenig eingeschränkt, der wirklich dort ist, er war einfach, ja, geistig behindert, denke ich mal, und stand wie gesagt in der Straßenecke und hatte immer gegen die kommunistische Partei geschrien, jeden Morgen, wenn ich zur Schule mit damals mit meinem Fahrrad gefahren bin. Und als ich dann letzten Sommer zurückgekommen bin, stand er immer noch da. Also, du musst schon einiges tun, damit du tatsächlich mal mit der Polizei Probleme bekommst. Eine Sache, die ich diesbezüglich auch nochmal besprechen wollte, ist natürlich Freiheit, wenn jetzt zum Beispiel Euguren, wenn Euguren inhaftiert werden oder zum Beispiel bei diesem Social Credit System, wo die Leute überwacht werden, wo jede einzelne Bewegung praktisch überwacht wird und geschaut wird, okay, treffen die Leute gute Entscheidungen oder treffen sie nicht gute Entscheidungen und dann gibt es, wie gesagt, einen Credit Store, Credit Score, der verbessert wird oder verschlechtert wird. Wenn ich all diese Sachen höre, dann kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, China wird das nicht durchziehen. Als ich in China war, zum Beispiel, wurde Folgendes gemacht, dort wurden Straßenläden verboten, nämlich zum Beispiel solche Straßenläden, wo du halt zum Beispiel Suppen bekommst oder Reis bekommst oder irgendwelche gebratenen Nudeln oder irgendwelche Spieße, Barbecue, was auch immer und dann ein paar Wochen später waren sie auf einmal und kommt irgendwie auf irgendwelche Gedanken und sagt sich, ha, jetzt verbieten wir mal alle Straßenläden, weil nämlich die ja nicht besonders hygienisch sind und man bestimmt davon krank werden könnte. Zack, die brauchen jetzt alle eine Lizenz und dann wird das, wie gesagt, durchgeführt und die ganzen Straßenläden verschwinden, aber dann irgendwann mit der Zeit trauen sich Leute wieder auf die Straße raus und die Läden kommen genauso zurück, wie sie, ja, verschwunden sind, also bevor sie verschwunden sind und so, wie gesagt, war es in dem Jahr, als ich da war. Es wurde praktisch das verboten und auf einmal, bumms, zwei, drei Wochen später waren auf einmal alle wieder da. Zum Beispiel ein Thema, das auch ganz, ganz heiß war, als ich dort drüben war, war Prostitution und in China zum Beispiel ist ja Prostitution absolut illegal, bloß es ist halt eins der Geschäfte, das sehr, sehr groß ist. Warum ich das weiß? Bei mir gegenüber gab es praktisch einen Hairdress-Shop, also praktisch, wo du dir die Haare schneiden konntest, das aber eigentlich gar kein Haarschneide-Shop war, ihr wisst, was das war. Es war praktisch ein winzig kleines Bordell und das wurde geschlossen, weil nämlich China hat einen riesen Crackdown gemacht, hat gesagt, okay, wir wollen keine Prostitution mehr, alles wird geschlossen, Polizei stand davor, die wurden abgeführt und so weiter und so fort, wurde alles geschlossen und zwei Wochen später, das Ding war wieder offen und selbst dieselben Frauen waren da drin. Wo ich mir auch so dachte, okay, das ist schön durchgeführt, bloß dann nicht, wurde nicht weiter daran gearbeitet und das Lachhafte ist ja vor allen Dingen und das wie gesagt, würde ich mich jetzt nicht trauen in China unbedingt zu sagen, aber das ist wie gesagt nur eine Sache, die ich gehört habe, nämlich dass, es gab mal eine Straße, die sogenannte Sunlitun Road, die ist direkt in Peking, dort wie gesagt, gibt es viele Nightlife, viele Bars und so weiter und so fort und da gab es natürlich auch Prostitutionen und viele Parteifunktionäre sind nach der Arbeit praktisch dort hingegangen und haben sich einfach mal, ja, mit irgendwelchen Damen getroffen. Dann wurde diese ganze Straße, wurde abgerissen, wurde gesagt, so, jetzt kommen alle Läden hier raus, wir rotten, wie gesagt, Prostitutionen aus und ein paar Wochen später sind anscheinend dieselben Parteifunktionäre wieder dort hingegangen. Genau dasselbe kann ich mir vorstellen, zum Beispiel mit dem Social Credit System, dass praktisch jetzt diese Idee existiert, so, wir führen das jetzt einfach mal durch und dann, wie gesagt, wird es nicht so durchgeführt, wie es praktisch bestimmt wurde. Ob es China dieses Mal genau so macht oder nicht, kann ich, wie gesagt, nicht sagen. Es ist möglich, aber es ist auch nicht möglich. Ich habe grundsätzlich aber immer das Gefühl gehabt und das, wie gesagt, muss man hier auch nochmal sagen, dass Chinas Politik an sich aber eigentlich eine sehr gute Politik ist und das, wie gesagt, wird es mal so richtig kontrovers. Ich habe mich in das Thema Uiguren bisher relativ gut eingelesen, was ich bisher verstehe, darüber muss ich nochmal ein extra Video machen. Sagen wir so, hu, das wird jetzt kontrovers. Ich finde es nicht gut, aber ich kann die, kann die Argumentation der chinesischen Regierung verstehen, weil nämlich unter den Uiguren und das ist, wie gesagt, das Problem mit umliegenden Ländern auch leider extrem viele Terroristen sind und Xinjiang ist sowieso eine Provinz und das ist nicht jetzt, dass ich irgendwie sage, dass ich irgendwie jetzt rassistisch bin gegen Leute, ganz im Gegenteil. Bloß Xinjiang ist einfach eine Provinz, wo es immer noch extrem viel Terrorismus gibt, Bombenattentäter, Leute, die sich selbst in die Luft sprengen und das sind, wie gesagt, leider Uiguren. Ich habe zusammen mit über 20 Uiguren in der Klasse gesessen. Meine ganzen Freunde sind alles Uiguren und ich kenne, wie gesagt, Uiguren sehr gut und das sind gute Menschen, nette Menschen, feine Menschen und ob sie nun Muslime sind, Christen oder was auch immer, ist mir komplett egal. Das sind super nette Leute, bloß das Problem ist, es gibt extrem viele, es gibt extrem viel Terrorismus in dieser Provinz und China möchte diesen Terrorismus ausrotten und was sie jetzt anscheinend tun, ist diese Leute einfach mal zu, ja, praktisch zu inhaftieren erstmal und das, wie gesagt, ist immer so eine Sache, die die chinesische Regierung macht, nämlich einfach mal alle zu inhaftieren und dann einfach mal zu gucken, oh, wer ist denn eigentlich Straftäter und wer nicht und das, wie gesagt, kann natürlich ganz schön krass sein und ich weiß, dass da dort einige Sachen passiert sind, die nicht gut sind und vor allen Dingen natürlich auch gab es Menschenrechtsverletzungen und das ist natürlich absolut unverzeihlich. Aber hinsichtlich der chinesischen Politik und das, wie gesagt, möchte ich auch noch mal kurz klarstellen. Ich bin normalerweise ein großer Freund von der chinesischen Politik aus folgendem Grund, nämlich als ich in China gelebt hatte und das kann jede Person bestätigen, die auch schon mal drüben gelebt hat, es wird einfach alles mit jedem Tag besser, dass du das Gefühl hast, okay, die Häuser werden renoviert, die Straßen sind im super Zustand, es werden neue, wunderschöne Parks gebaut, die Luft verbessert sich, was natürlich auch ein Problem in China ist, nämlich zum Beispiel in den größeren Städten der Smog, der zum Beispiel hat sich extrem verbessert in den Jahren, in dem Jahr, wo ich da war und vor allen Dingen auch in den Jahren später, wo ich jetzt immer wieder zurückgekommen bin. Oder zum Beispiel solche Dinge, wie, dass die Leute einen höheren Lebensstandard haben, sie können sich mehr leisten. Man hat meines Erachtens wirklich in China das Gefühl, dass die Politik Gutes für einen tut und deswegen gibt es auch tatsächlich so wenige Leute, die gegen die kommunistische Partei sind und ich weiß, wie gesagt, dass viele jetzt dieses westliche Verständnis haben, so, sondern wie, ach, die werden doch unterdrückt und deswegen sagen sie nichts gegen die politische Partei. Ich kann, wie gesagt, nur aus meiner eigenen Familie berichten, als ich dort in China gelebt habe, wie sehr China oder wie sehr die Politik ihr Leben verändert hat. Zum Beispiel, meine Gastmutter meinte damals, als sie zur Schule gegangen ist, oder zur Schule gegangen war, das war praktisch vor 30, ein bisschen mehr als 30 Jahren, damals mussten sie jeden Morgen mit dem Stock in die Schule gehen und die Ratten totschlagen, die sich dort nachts in die Schule, oder Mäuse totschlagen, die sich damals in die Schule bewegt haben, weil nämlich, ja, es nachts warm war in der Schule und das, wie gesagt, der beste Ort war, um zu übernachten und da, wie gesagt, mussten sie jeden Morgen mit dem Stock in die Klassenräume gehen und erst mal die Mäuse totschlagen, die im Klassenraum geschlafen haben, gelegen haben und dort rumgerannt sind. Oder zum Beispiel, die gesamte Schule hatte gerade mal zwei Dixi-Klos, die draußen auf einem Feld standen, wo sie praktisch jeden Tag oder jedes Mal, wenn sie aus dem WC mussten, aus dem Schulgebäude raus mussten, auch im Winter, um halt auf diese zwei kleinen Dixi-Klos zu gehen und das, wie gesagt, war der Zustand von China von praktisch 30 Jahren und wenn ich mir jetzt die Schulen angucke, sind die in einem weit besseren Zustand, die meisten Schulen, als unsere Schulen hier in Deutschland, technologisch weit besser ausgestattet, mit weit besser ausgebildeten Lehrern, auch Lehrer, die wissen, von was sie sprechen, nämlich, ich habe, wie gesagt, immer das Gefühl hier in Deutschland, dass sehr viele Lehrer nicht gut ausgebildet sind oder falsch ausgebildet sind, weil sie den Schülern einfach nichts beibringen und das Methodenlernen ist sowieso Quatsch und das wissen wir alle und das, wie gesagt, habe ich immer so ein bisschen als Problem in China, in Deutschland gesehen. Zum Beispiel hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich nichts lerne. Ich verbringe, ich war damals auf der Ganztagsschule, ich habe den ganzen Tag mit irgendwelchen Quatsch verbracht, der mir sowieso nichts gebracht hat und in China lernst du natürlich auch sehr viel theoretisches Wissen, sehr wenig angewandtes Wissen, aber du hast zumindest das Gefühl, mein Gott, da lernst du ja aber so richtig was. Freiheit an sich ist ein Begriff, den man wirklich, wirklich schwer definieren kann. Aber wenn es darum geht, wie du dich selbst fühlst und das, denke ich mal, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Freiheit. Wenn du dich selbst frei fühlst, dann bist du auch frei. Und zum Beispiel, so war das in China bei mir, dass ich mir, dass ich mir gefühlt habe, wie als wäre ich so frei wie noch nie zuvor. Ich hatte immer in Deutschland einen gewissen Druck auf meinen Schultern, immer einen gewissen gesellschaftlichen Druck. Auch gerade der oft politisch war, nämlich zum Beispiel das Links gegen Rechts, das Rechts gegen Links und so weiter und so fort und dass sich praktisch alle irgendwie bis zu einem gewissen Grad hassen und das, wie gesagt, hatte ich nie, als Gefühl in China. Ich hatte immer das Gefühl in China, dass alle sich nicht unbedingt mögen, aber dass keiner sich gegenseitig hasst, auch unter Geschlechtern übrigens nicht und vor allen Dingen, dass in China an sich die Menschen relativ konservativ sind. Ich mag, ich sage mal, ich bin auch selbst relativ konservativ, das soll jetzt nicht heißen, dass ich rechts bin, ihr wisst sowieso, ich bin FDP, CDU wieder früher mal gewesen, jetzt wähle ich gar nichts mehr, weil ich einfach mit keiner Partei zufrieden bin, aber ich bin grundsätzlich eine Person, die relativ konservativ ist, sage ich jetzt mal so und das Land an sich, China ist sehr konservativ und viele Leute in China sind sehr konservativ. Dann kommen wir mal zum zweiten Punkt, den ich auf jeden Fall mit euch besprechen möchte und das ist vielleicht ein etwas schönerer, nämlich Essen. Ich liebe das chinesische Essen, es gibt meines Erachtens auf der ganzen Welt kein besseres und wie gesagt, wenn du erstmal ein bisschen chinesisch gegessen hast und nicht das westlich chinesische Essen, sondern das Essen in China, dann wirst du verstehen, was ich meine. Man muss so oder so schon mal sagen, dass China 53 ethnische Minderheiten hat, das heißt, dass praktisch es extrem viele unterschiedliche Küchen in der chinesischen Küche gibt, das heißt, es ist nicht nur einfach so, dass man sagen kann, okay, das ist chinesisches Essen oder das ist asiatisches Essen, noch viel schlimmer, sondern man muss halt sagen, zum Beispiel, okay, das ist Essen aus der Provinz Yunnan, das ist Essen aus der Provinz, ja, sagen wir mal, was könnte noch, aus der Provinz Xinjiang oder was auch immer. Zum Beispiel, mein Lieblingsessen kam immer aus der Provinz Xinjiang, weil die sehr, sehr viel mit Fleisch gemacht haben und ich mag auch gerne praktisch das Essen aus der Region Beijing und praktisch jedes einzelne, jedes einzelne Stadtteil hat auch meist so eigene bekannte, zum Beispiel Pasten oder bestimmte Süßigkeiten oder was auch immer und zum Beispiel mein Ort Tongzhou hatte so Süßigkeiten, die nicht besonders süß waren, aber die haben mir auch ziemlich gut geschmeckt. Auf jeden Fall, Essen an sich ist in China ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du wirst sowieso, wenn du mit vielen Leuten dich in China unterhältst, wenn du erstmal chinesisch kannst, wirst du merken, dass sich extrem viele Leute extrem oft über Essen unterhalten, dass viel darüber gesprochen wird, oh, welches Fleisch kaufst du heute an? Ah, lass uns doch jetzt nochmal hier und da essen gehen und so weiter und so fort. Essen ist ein wirklich großer Bestandteil vom Leben der meisten Chinesen und zum Beispiel, wenn du dir bestimmte Fernsehsendungen anguckst in China, sei es nun eine CCTV-Sendung, was ja der staatliche Fernsehsender ist, wo es ja mehrere praktisch Kanäle gibt, zum Beispiel CCTV 4, CCTV 7 und so weiter und so fort, das waren immer zwei zum Beispiel, die ich relativ oft geguckt habe. Und was du dort im CCTV siehst, sind natürlich zum Beispiel Dokumentationen, Reportage, was auch immer und zum Beispiel auch viel über Essen und es ist immer interessant, wenn du dir die Köche im chinesischen Fernsehen anguckst, weil die meist auch begründen, warum sie eine bestimmte Zutat in das Essen reingegeben haben, zum Beispiel Lotus kühlt von innen oder zum Beispiel, was könnte man noch sagen, es gibt ja wie gesagt so ganz, ganz viele Sachen, die immer mal wieder besprochen werden und wo dann zum Beispiel gesagt wird, okay, wie gesagt, Lotus ist zum Kühlen da, dies ist für das und so weiter und so fort. Ob man nun daran glaubt oder nicht, ist so die Sache. Was viele Leute auch immer nicht verstehen ist, was ist denn eigentlich chinesische Medizin? Nämlich oft sieht man ja zum Beispiel in Reportagen dann irgendwelche alten Läden, die halt wirklich sehr alt einfach wirken, wo dann zum Beispiel Kisten drin sind und dann Leute, die dort arbeiten, Ärzte oder wie auch immer in dieser Heiler, sag ich jetzt mal nennen, zum Beispiel irgendwelche, ja, zum Beispiel Haizähne rausnehmen und die dann reiben oder was auch immer und die machen dann so einen Mix für dich. Glaub mir, sowas findest du nur noch sehr, sehr selten in China. Die meiste chinesische Medizin wird in ganz normalen Apotheken verkauft und das wie gesagt, zähle ich jetzt auch mal unter Essen, nämlich du wirst sehr, sehr schnell merken, dass du in China A, das beste Essen bekommst, das du jemals gegessen hast und oder B, das schlechteste Essen. Und die Medizin an sich, die dort hilft, ist meist nicht die chinesische Medizin. Ich bin um echt zu sein nicht besonders überzeugt von der chinesischen Medizin und glaub mir, ich habe sehr viel chinesische Medizin bisher probiert, weil ich nämlich öfter mal in China krank war und immer wieder krank werde, weil ich nämlich an, weil ich persönlich an jedem einzelnen Straßenladen esse und grundsätzlich von nichts zurückschrecke. Und das wie gesagt, hat auch so einige Nachteile. Was ich diesbezüglich auch nochmal sagen wollte, ist zum Beispiel, nehmen wir an und das wie gesagt ist für einen Unternehmer genial. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin Unternehmer und stelle mich morgen auf die Straße und verkaufe Zuckerwatte, das Gesundheitsamt wird mit dir in China so gut wie nie Kontakt haben. Es gibt zwar, glaube ich, ein Gesundheitsamt, ich meine, das gibt es eigentlich in jedem Land, aber wie gesagt, du kannst dich theoretisch einfach auf die Straße stellen und kannst sagen, hier, ich verkaufe Spieße oder ich verkaufe Zuckerwatte oder was auch immer und es wird eigentlich keinen stören. Das kann natürlich aber auch dann zur Folge haben, dass du mal an einem Straßenladen isst, dass du dort, wie gesagt, mal vielleicht, sagen wir, ja, irgendwelche Nudeln isst oder irgendwelche Spieße oder was auch immer und dass du dann für einige Tage nicht das WC verlassen wirst und das hört sich vielleicht etwas überspitzt an. Glaub mir, wenn du schon mal sowas hattest, du wirst für einige Tage nicht das WC verlassen. Ich hatte öfter mal eine Lebensmittelvergiftung in China, ich war oft krank, ich hatte sehr, sehr oft, wie gesagt, Magenprobleme und das, wie gesagt, hat eigentlich jede Person, die nach China geht und dort mal für einige Zeit lebt. Genau deswegen ist es immer ganz gut, gerade wenn du nach China gehst, einfach, wenn du nicht unbedingt dort für lange Zeit bist, Durchfalltabletten mitzunehmen. Das, wie gesagt, kann ich dir auf jeden Fall nur als Tipp mitgeben und vor allen Dingen, wenn du jetzt in China an sich für einige Zeit mal leben solltest, vertraue nicht unbedingt zu sehr auf die chinesische Medizin. Mir persönlich hat sie nie geholfen, die westliche Medizin ist doch schon um einiges, einiges besser. Ich habe sogar oft das Gefühl, dass die chinesische Medizin einen Placebo-Effekt hat, also dass du praktisch einfach nur denkst, du hast was genommen, aber helfen tut es nicht so wirklich. Genau, dann der nächste Punkt ist drittens natürlich die politische Korrektheit und darüber hatten wir schon mal gesprochen. Ich bin grundsätzlich eine Person, die nicht ordinär ist. Ich bin keine Person, die ja irgendwelche rassistischen Sprüche macht. Ich bin keine Person, die zum Beispiel jetzt Leute ausgrenzt oder was auch immer, weil es einfach nicht meine Person ist und vor allen Dingen, weil ich nicht solche Gedanken habe. Aber wenn du zum Beispiel mal richtig rassistisch sein möchtest, dann geh nach China. Nämlich viele Chinesen sind von unserem westlichen Standpunkt her extrem rassistisch. Und das wie gesagt ist nicht, dass sie böse sein wollen. Das ist einfach nur, wie die Leute dort aufgezogen werden. Zum Beispiel eine Sache, die halt immer wieder in China gezeigt wird, gesagt wird, was auch immer, ist, dass zum Beispiel China ist sehr gegen Schwarze. Zum Beispiel also gegen Dunkelhäutige, sage ich jetzt mal. Das hat folgenden Grund, nämlich es gibt, wie gesagt, kleine Gebiete in China, zum Beispiel in Guangzhou, das ist eine ziemlich große Stadt, gehört auch zu den First-T-Cities für viele Dunkelhäutige leben. Und dort gibt es sehr viele Gewaltprobleme. Und was natürlich dann die chinesischen Medien über das ganze Land berichten, ist, dass die Leute, wie gesagt, dass Dunkelhäutige gewalttätig sind und es werden sehr viele Stereotypen diesbezüglich auch nach vorne gebracht. Das heißt, dass die Leute dann diese Stereotypen haben. Und ich meine, wie gesagt, meine beste Freundin in China war übrigens eine Afrikanerin aus Südafrika, Madina, und die war natürlich nicht gewalttätig. Es war ein 15-jähriges Mädchen damals, die, ganz im Gegenteil, die überhaupt nicht gewalttätig war. Das war eine ganz liebe, junge Dame. Aber wenn du halt in China bist, kann es gut sein, wenn du dunkelhäutig bist, dass du mal ein paar rassistische Sprüche an den Kopf geworfen bekommst. Das ist vor allen Dingen, habe ich das Gefühl, im Süden so, eher weniger am Norden. Wie gesagt, es gibt einfach Probleme mit ethnischen Minderheiten, nicht mit den chinesischen Minderheiten, ausgenommen den Tibetern und den Uiguren, eher mit Ausländern, die ins Land reinkommen. Zum Beispiel halt Afrikanern oder zum Beispiel Leuten, auch übrigens langsam Westland, weil nämlich die Chinesen sehr paranoid sind, was Terrorangriffe angeht. Das heißt zum Beispiel, auch Leute aus dem Mittleren Osten werden nicht unbedingt als gut erachtet. Sagen wir es einfach mal so. Und man muss aber auch einfach zugeben, dass in China es einen gewissen Volksschock dadurch gibt, dass halt sie sehen, okay, in Europa kommen anscheinend Einwanderer oder Immigranten, oder wie auch immer du es nennen möchtest, ins Land. Es gibt zur selben Zeit Terrorangriffe. Heißt natürlich, dass alle Migranten dann die Terrorangriffe dafür sorgen. Und diesbezüglich sagt dann halt China, okay, wir wollen keine Migranten und gar nicht aus den Ländern, weil die machen ja bei uns auch Terrorangriffe. Das wie gesagt ist jetzt mal die versimpelte oder vereinfachte Meinung, die viele Chinesen haben. Und ich sehe das nicht, sagen wir so, ich kann verstehen, warum viele Chinesen diese Meinung haben. Ist es eine gute Meinung, ja, wie gesagt, das maße ich mir nicht zu beurteilen, weil ich einfach zu wenig darüber weiß. aber ich weiß einfach nur, dass die chinesische Regierung viel solche Probleme auch amplifiziert. Das heißt, diese Probleme größer macht, als sie sind, weil China hat einfach bisher gerade, außer jetzt in der Provinz Xinjiang, kein Problem eigentlich mit Terror. Und da wie gesagt ist auch die chinesische Regierung sehr resolut. Aber kommen wir nochmal zurück zum Begriff politische Korrektheit. Nämlich das ist eine Sache, die mich nicht unbedingt stört, weil sie mir egal ist. Es ist bloß eine Sache, die ich für unlogisch achte. Ist wie gesagt diese ganze Debatte zum Beispiel um Geschlechter, der gesamte Geschlechterwahnsinn. Und ich bin zum Beispiel eine Person, die einfach sagt, okay, Männer und Frauen sollen sich lieben. Das ist wie gesagt so schon immer gewesen und das fördert unsere Zivilisation. Und vor allen Dingen ist es das dümmste, was man machen kann, sich untereinander zu hassen. Wo ich mir so denke, wieso werden solche Dinge gegenüber Frauen vorgebracht, die unfair sind und so viele Dinge gegenüber Männer, die männerfeindlich sind. Wo ich mir so denke, das ist absoluter Bullshit und diese Sachen gibt es einfach nicht. in China. Auch eine Sache, die ich, wie gesagt, ich habe gesagt, wir sprechen heute über viele kontroverse Themen. Feminismus an sich ist immer so eine Sache, wie gesagt, es ist halt, in China gibt es sowas einfach nicht. die Gleichstellung von Männern und Frauen ist eine gute Sache. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht gut. Und das Dumme ist, Gleichstellung ist auch immer so ein Problem. Es gibt ja einmal die Gleichstellung, dass von dem was rauskommt und einmal die Gleichstellung von Chancen. Wenn es gleiche Chancenfalle gibt, ist das gut, aber man sollte nicht die Gleichheit von was rauskommt, in Anführungsstrichen, die Equality of Outcome, das sollte man keinesfalls unter dem Begriff Gleichstellung fassen, weil das einfach nicht korrekt ist. Es muss einen freien Markt geben, auf dem Leute gegeneinander konkurrieren und die Personen, die besser sind, sind halt besser. Und wie gesagt, all solche Themen, die werden in China einfach nicht behandelt und das wird vor allen Dingen aber auch dadurch sichergestellt, dass die Medien solche Dinge nicht berichten. Zum Beispiel, wenn du CCTV-Videe anguckst, CCTV 4 oder CCTV 7 oder was auch immer, dann wirst du ganz, ganz viel über zum Beispiel China sehen im Fernsehen. Irgendwelche Orte, wo du hingehen kannst in China, Reiseorte, irgendwelche neuen Ressorts, die aufgemacht sind und ich hatte immer das Gefühl, dass du in China A, sehr viel freier sein kannst mit dem, was du sagst und vor allen Dingen kannst du auch sehr viel freier sein, wenn es darum geht, Fernsehen zu gucken. Das hört sich jetzt vielleicht etwas komisch an, nämlich ich habe immer das Gefühl, dass du in Deutschland bombardierst wirst mit schlechten Nachrichten und deswegen bin ich grundsätzlich ein ganz, ganz großer Gegner tatsächlich von den meisten Medien, weil einfach die meisten Medien extrem schlechte Berichterstattung machen und sehr einseitige Berichterstattung und vor allen Dingen, weil sie, ja, die das Volk aufhetzen und das war bisher immer mein großes Problem mit den meisten Medien und in China habe ich immer das Gefühl, dass die Medien einen nicht aufhetzen. Das heißt, dass praktisch, also die Medien eher so sind, wie sie versuchen, die Leute ruhig zu halten, entspannt zu halten und so weiter und so fort und das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen auch wellisch an, nämlich, dass man versucht, die Leute irgendwie zu beruhigen. Es ist bloß einfach ein Fernsehen, das sehr viel schöner ist zu schauen, zum Beispiel abends irgendwelche schönen Spiele-Shows, dann kommen dann vielleicht irgendwelche schöne Reportagen, irgendwelche Filme über die Vergangenheit, sowas wie geschichtliche Filme, dann gibt es mal vielleicht irgendwie einen Kung-Fu-Film und so weiter und so fort und das ist alles sehr viel entspannter, habe ich immer das Gefühl und das merkt man auch übrigens in den Konversationen von vielen Leuten. Dann viertens und das ist auf jeden Fall der Pragmatismus von Chinesen und das ist eine Sache, die ich zu schön finde, nämlich, wenn in China etwas nicht passt, dann wird es passend gemacht. Chinesen sind ultra pragmatisch, wenn du zum Beispiel, das kann ich mal ein gutes Beispiel nennen, nämlich die Chinesen oder es gab chinesische Bauarbeiter, die waren halt neben mir am, also neben der Schule waren die am Bauen, hatten dort ein kleines, ich glaube es war so ein Parkplatz oder so, den sie umgebaut hatten und sie mussten irgendeinen Weg finden, das Tor zum Parkplatz zuzumachen und dieses Tor ist immer umgefallen. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach zwei Backsteine da vorgelegt und einen großen Holzbalken, aber wie gesagt, ich hoffe, ich finde das Foto wieder, wenn ja, dann zeige ich es euch jetzt, wenn nicht, dann sorry, dass ich es euch jetzt nicht zeigen kann, aber das Foto ist einfach zu genial, nämlich wo du einfach zwei Steine siehst, da ist ein Holzpfahl davor und so wurde anscheinend die Tür zugehalten, wo ich mir einfach dachte, das ist sehr, sehr pragmatisch und das für mich spiegelt einfach so ein bisschen China wieder oder zum Beispiel eine Sache, die ich leider nicht fotografiert habe, ist die folgende, wo praktisch Fotos, das war einfach nur eine Wand und dort war ein großes Loch drin, nämlich da wollten anscheinend Leute einfach neues Fenster in ihrem Haus haben und haben dann die gesamte Wand einfach einmal kurz aufgerissen und haben dann Fenster reingesetzt und das ist das Lachhafte, was ich je gesehen habe. Es ist einfach nur ein riesiges Loch und in dem haben sie ein Fenster reingesteckt, nur damit sie ein weiteres Fenster im Haus haben und wie gesagt, das sieht ganz, ganz schrecklich aus, ich habe es da ja nicht fotografiert. Chinesen sind ultra pragmatisch, es sind viel mit der Brechstangentechnik gemacht, die ich auch schon mal hier auf diesem Kanal erläutert hatte, wo ich praktisch meinte, okay, Chinesen setzen Dinge um, indem sie halt extrem viel tun, zum Beispiel wenn du, weiß nicht, Millionär werden möchtest, dann mach halt irgendwie eine Million mal eine Sache oder so und das wie gesagt ist eine ganz interessante Technik, die auch bisher immer für mich ganz gut funktioniert hat, zum Beispiel wenn ich mir sage, gut, ich will mit Online-Kursen Millionär werden oder ich will mit Online-Kursen mehrere Millionen machen, dann produziere ich einfach so viele Online-Kurse, bis ich die Millionen habe und das wie gesagt war so eine von denen, eine Ideologie, die ich immer noch in meinem Kopf habe. Dann der fünfte Punkt ist Steuervorteil und viele von euch werden sich jetzt sagen, ja, Steuervorteile, ist nicht China ein kommunistisches Land und haben nicht kommunistische Länder immer eine sehr hohe Steuer und die Antwort ist ja, aber nein. Nämlich für Chinesen ja, ist die Steuer relativ hoch, aber tatsächlich geringer als in Deutschland. Soweit ich weiß, ist der Spitzensteuersatz in China bei 40%, in Deutschland ist er bei 45% und zum Beispiel dieses Jahr habe ich wieder die Freude, 45% zu zahlen, was mich sehr unglücklich macht. Das große Problem, was ich an dem deutschen Steuersystem grundsätzlich sehe, ist einfach, dass man komplett ausgeraubt wird von der deutschen Regierung. Also wo ich mir so denke, für was zahle ich so unfassbare Menge an Geld? Ich bin grundsätzlich eine Person, die eher glaubt, dass reiche Leute einen geringeren Steuersatz haben müssen, was nicht bedeutet, dass reiche weniger Steuern zahlen. Das soll einfach nur heißen, dass reiche einen geringeren Steuersatz haben, weil ich absolut natürlich viel mehr zahle. Zum Beispiel nehmen wir an, ich zahle eine Million an Steuern im Jahr, da muss ich mich halt fragen, okay, warum ist das gerechtfertigt? Warum ist es gerechtfertigt, dass ich eine Million Euro an Steuern zahlen muss, nur weil ich halt gute Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe? Und dieses selbe Problem hast du übrigens auch in China. Das nennt sich übrigens progressive Steuern. Wenn du eine progressive Steuer hast, wie in den meisten Ländern der Welt, dann hast du immer ein Problem, nämlich wenn du viel Geld verdienst, dann musst du immer viel abgeben. Und das, denke ich, ist extrem unfair. Das Gute ist aber, wenn du zum Beispiel in China lebst, zum Beispiel in einem der Special Economic Zones oder praktisch irgendwo anders in China und du verdienst dein Geld außerhalb von China, dann musst du das Geld, das du außerhalb vom Land verdienst, nicht besteuern. Das heißt praktisch, du hast 0% Steuern auf das Geld, was du außerhalb von China verdienst. Und das, wie gesagt, ist ein geniales Schlupfloch. So kannst du sehr, sehr gut in China leben mit einem sehr geringen Steuersatz und du kannst sehr, sehr gutes Geld verdienen. Grundsätzlich aber noch mal eine Sache, die ich hinsichtlich Jobs vielleicht noch mal sagen sollte, ist, wenn du in China lebst, kannst du zum Beispiel auch Lehrer werden. Und viele Leute, die nach China ziehen, werden vor allen Dingen Lehrer. Das ist eines der Hauptberufsfelder, die die meisten Leute für sich selbst wählen aus folgendem Grund. A, die Chinesen brauchen einfach nur Lehrer und ein paar Leute im Bereich Design oder im Kreativbereich, sonst haben die Chinesen alles, was wir haben und sind meist sogar besser und billiger übrigens. Aber wenn es halt um westliche Lehrer geht, die zahlen richtig gut. Zum Beispiel meine Schule, die Luche Mittelschule oder Luche Zhongshue, für Leute, die jetzt vielleicht Mandarin sprechen, diese Schule, wie gesagt, in Tongzhou in Peking, zahlt dir zum Beispiel 3.000 bis 4.000 Dollar pro Monat und bezahlt deine Wohnung und bezahlt deine Flugtickets. Und das, wie gesagt, für Personen, die gerade mal einen Bachelor in ihrem studierten Fach haben. Du brauchst nur einen Bachelor und du musst irgendwie nachweisen können, dass du schon mal unterrichtet hast. Und gut ist natürlich, wenn du schon mal in der Schule unterrichtet hast beziehungsweise ein Staatsexamen abgelegt hast oder zum Beispiel in meinem Fall. Nehmen wir zum Beispiel mal an, mein Unternehmen würde zusammenbrechen. Ich würde keinesfalls mehr irgendwie in keinem Wege mehr Geld verdienen. Alles würde zusammenbrechen. Dann könnte ich jederzeit immer noch Lehrer in China sehr gut werden, weil ich halt sagen kann, okay, ich habe wie die letzten Jahre ein eigenes Online-Bildungsunternehmen gehabt. Ich habe 100.000 Schüler unterrichtet. Was wollt ihr mehr praktisch? Und das halt auch in mehreren Sprachen. Und das Gute ist zum Beispiel, für mich wäre es sehr, sehr einfach, so einen Job anzunehmen. Und das wäre tatsächlich sogar eine Option, wenn ich eines Tages mal nicht mehr Unternehmer sein sollte oder wenn mir eines Tages mal langweilig wird, weil ich grundsätzlich sehr viel Spaß daran habe, etwas zu unterrichten. Aber das, wie gesagt, sei mal nur dahingestellt. Du kannst übrigens an staatlichen Schulen sehr gut verdienen. Zum Beispiel 3.000, 4.000 Dollar pro Monat ist möglich. Du kannst auch mehr verdienen, du kannst aber auch weniger verdienen. Gerade wenn du halt in größere Städte gehst, wie zum Beispiel Beijing, Shanghai, Guangzhou oder zum Beispiel Shenzhen, dann kannst du sehr einfach 3.000 bis 4.000 Dollar verdienen. Wenn es jetzt um kleinere Städte geht, sagen wir mal Fuzhou oder was auch immer, dann wirst du meist nicht so viel verdienen. Wenn du in Third- oder Fourth-Tier-City gehst, also ganz viel kleinere Städte, dann, wie gesagt, kann es gut sein, dass du gerade mal ungefähr 1.000 Dollar, 1.500 Dollar im Monat bekommst. Aber man darf nicht vergessen, China ist sehr viel günstiger als die westliche Welt und vor allen Dingen wird dir auch deine Wohnung gestellt. Und dann natürlich, und das, wie gesagt, muss man hier auch nochmal sagen, wenn du zum Beispiel nicht in einer staatlichen Schule unterrichten möchtest, hast du immer noch die Option, zum Beispiel mit solchen Firmen wie English First, wie praktisch IF, zusammenzuarbeiten, die halt auch eigene Sprachschulen in China haben. Diese gibt es überall, wo zum Beispiel chinesische Kinder Englisch lernen und die super, super profitabel sind. Das ist übrigens eine Sache, die ich eines Tages in der Zukunft auch mal sehr gerne angehen möchte, nämlich eine eigene Sprachschule in China zu gründen. Und vor allen Dingen, wenn du für so eine Firma arbeitest, dann musst du zwar mehr arbeiten, kannst aber auch sehr viel mehr verdienen als in einer staatlichen Schule. Da kannst du auch gerne mal 4.000, 5.000, 6.000 Dollar im Monat verdienen. Einfach nur, dass du ein paar Kinder besparst. Und diese Chance wird höchstwahrscheinlich noch für sehr viele Jahre in China existieren, weil es einfach so eine extreme Nachfrage gibt und zur selben Zeit aber sehr wenig Leute tatsächlich nach China gehen. Dann der 6. Punkt ist praktisch die eigentliche Kostenersparnis. Nämlich China an sich ist relativ günstig. Wenn du jetzt nicht unbedingt in Peking lebst, dann kannst du sehr günstig in China leben. Zum Beispiel Peking, Shanghai, Shenzhen oder Guangzhou sind Städte, die relativ teuer sind, wo du zum Beispiel für eine Wohnung mindestens 1.500, 2.000 Dollar im Monat ausgibst. Es gibt aber auch natürlich sehr viel kleinere Wohnungen in diesen großen Städten, die du auch gerne schon für 500, 600, 700, 800 Dollar bekommst. Wenn du gewillt bist, ein bisschen außerhalb der Stadt zu leben, zum Beispiel im 6., 7., 8. Ring, wenn es überhaupt 8 Ringen gibt, also zum Beispiel in Peking gibt es, soweit ich weiß, 7 Ringe. Wenn du zum Beispiel im 6. oder 7. Ring wohnst oder dann sich langsam entwickeln in den 8. Ring, kann es auch gut sein, dass du gerade mal 400 Dollar, 300 Dollar, 200 Dollar im Monat für eine Wohnung ausgibst. Wenn du in 2nd beziehungsweise 3rd oder 4th Tier Cities lebst, dann kann es auch tatsächlich sein, dass du so gut wie gar nichts für deine Wohnung zahlst, dass du auch Wohnungen noch bekommst für 100 Dollar, 150 Dollar, wenn nicht sogar in 3rd Tier Cities oder 4th Tier Cities für noch weniger. Zum Beispiel ein guter Freund von mir lebt derzeit in Huizhou, das ist eine Stadt im Süden und der zahlt für seine Wohnung um die 150 Dollar im Monat und das ist eine, ich glaube, 3 Schlafzimmer, also eine 3-Zimmer-Apartment müsste es sein und das sogar im Zentrum von Huizhou und das ist ultra billig. Und wenn du wirklich in China leben möchtest, kannst du dir auch vor allen Dingen, kannst du dir sehr, sehr viel Geld auch eher sparen in China. Wenn du zum Beispiel in einer Schule arbeitest, die dir die Wohnung schon bereits stellt, zum Beispiel in der Schule, wo ich gelebt habe, die haben ein gigantisches Internat und du kannst halt direkt eine Wohnung in diesem Internat haben, dann hast du 3.000, 4.000 Dollar pro Monat, du wirst nie und nimmer auch nur 500 Dollar im Monat ausgehen, also vielleicht gibst du 500 Dollar im Monat aus, kannst du dir halt wirklich 3.500 oder 2.500 Dollar im Monat oder so sparen und vor allen Dingen kannst du auch zur selben Zeit noch ein Zeitbusiness oder so aufmachen, weil nehmen wir zum Beispiel mal an, du lebst jetzt an einer, du arbeitest an einer öffentlichen Schule oder zum Beispiel an einer Universität, dann wirst du relativ wenig Stunden unterrichten müssen. Wenn du jetzt zum Beispiel für Firmen wie EF arbeitest, dann kann es gut sein, dass du ziemlich viele Stunden arbeiten musst. Wenn es also praktisch um all diese Dinge geht, du kannst in China dich reich sparen, das geht absolut, du kannst in dem Jahr auch gerne mal 30.000, 40.000 Euro sparen, wenn du zum Beispiel 5 Jahre dort lebst und du sparst dir 200.000 Dollar zusammen, dann hast du schon mal eine ordentliche Menge Geld, wenn du 10 Jahre da bist, hast du vielleicht 400.000, vielleicht eine halbe Million sogar zusammen gespart, nur indem du halt gearbeitet hast und also als Lehrer und nebenbei vielleicht noch ein kleines Zeitbusiness gehabt hast und wenn du zum Beispiel auch online noch mal ein bisschen Online-Kurs unterrichtest oder ein paar Leute übers Internet unterrichtest, glaub mir, dafür wirst du auf jeden Fall die Zeit haben, auch ohne dich komplett zu zerstören, dann wirst du sehr, sehr, sehr gutes Geld in China verdienen können und vor allen Dingen, das Essen ist auch nicht besonders teuer. Wenn du in Restaurants gehst, da kannst du auch gerne mal ja, eine Nudelsuppe für 3, 4 Yen bekommen, das sind vielleicht 30 Cent oder so für eine ordentliche Suppe mit ordentlichen Nudeln drin, mit ein bisschen Fleisch drin und so weiter und so fort und wenn du zum Beispiel abends essen gehst, dann gibst du meist nicht mehr als vielleicht 20, 30 Yen aus, das sind vielleicht 5, 6 Dollar, wenn du in ein bisschen, ja, ein bisschen teures Restaurant gehst, gibst du vielleicht mal, weiß ich nicht, 10 Euro, 20 Euro für ein Essen aus, aber dann musst du halt wirklich schon ein richtig gutes Restaurant gehen und gerade wenn du mit mehreren Leuten dein Essen teilst, was ja oft in China der Fall ist, wo man einfach an einem Tisch sitzt und dann praktisch das Essen miteinander teilt, dann kannst du auch gerade mal essen gehen vielleicht für vielleicht 5 Dollar am Abend und hast wirklich wirklich gute Mahlzeit. Eine sehr günstige Mahlzeit, die ich auch immer sehr empfehlen kann, ist natürlich Hot Pot, also praktisch Ruogor auf Chinesisch und da gibt es zum Beispiel eine Firma, die ich sehr empfehlen kann, die nennt sich Siabu Siabu und die macht zum Beispiel einen genialen Hot Pot, den du zum Beispiel in Peking bekommst, aber auch langsam, ja, China weit und vor allen Dingen auch jetzt in Taiwan. Dann natürlich der siebte Punkt, Liebe. Das ist wie gesagt ein sehr spannendes Thema. Ich habe mich wie gesagt an eine Person in China extrem verliebt und ich muss ehrlich zugeben, dass ich immer noch über alles liebe. Es ist nicht so, dass ich sie nicht mehr lieben würde. Wir haben uns wie gesagt getrennt oder sie hat sich von mir getrennt, sagen wir es einfach mal so, um die Wahrheit vielleicht mal zu sagen und diese Person hatte ich halt in China kennengelernt. Sie war eine Läuferin, studiert heute an der Beijing Darsue, das ist praktisch so Beijing TÜ Darsue, was bedeutet Pekings Sportuniversität praktisch und es kann gut sein, dass sie eines Tages mal ins Olympiateam kommt. Sie ist eine wirklich sehr, sehr gute Sprinterin und in China an sich werden dir vor allen Dingen die Chinesen sagen, dass du fett bist, egal wie dünn du wirklich bist. Also du musst schon wirklich spindeldürr sein, damit du in China nicht als fett gehst. Zum Beispiel in meinem Falle, ich wie gesagt habe ein paar Kilo zu viel auf dem Rippen, bei mir ist es halt wirklich so gewesen, dass sie gesagt haben, du bist fett und das war nicht böse gemeint, sondern Chinesen sind einfach nur ultra ehrliche Menschen und wenn du zum Beispiel jetzt, wir können ja mal so ein bisschen über Beauty-Type sprechen, wenn du jetzt zum Beispiel in China eine Frau daten möchtest, ein Mädchen daten möchtest, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, dann wie gesagt kann ich dir Folgendes empfehlen, gerade natürlich Männer, das ist immer das Schönheitsideal, eine relativ große spitze Nase, die ich nicht habe, du musst relativ dünn sein und einfach, ja wie gesagt, nur relativ groß. Große Nase, groß an sich und dann wie gesagt relativ dünn und das ist der chinesische Typ und du solltest ein männliches Gesicht haben, wenn dem möglich ist und vor allen Dingen, die meisten Chinesen oder Chinesen stehen nicht auf Bart und das ist so eine Sache, die ich vielleicht empfehlen kann und sonst natürlich, du wirst als Pumper, pumpen zählt nicht, hier wie gesagt, da denke ich mal, stehen viele Frauen auf gepumpte Typen oder zumindest auf ein bisschen Muskeln dran, in China, wenn du ein bisschen Muskeln hast, ist okay, aber alles drüber ist etwas unschön und vor allen Dingen auch keine Tattoos, wenn du zum Beispiel, wenn du in China eine Freundin hast oder eine Frau hast, dann wirst du vor allen Dingen auch die Familie mitheiraten oder wirst mit der Familie auch zusammen sein, nämlich weil halt einfach deine Freundin dich zum Beispiel der Familie vorstellen wird und die Familie wird dich beäugen, wird dich fragen, was machst du und zum Beispiel jetzt in meinem Falle war das sehr interessant, weil ich halt damals von dieser Person, ja, wie gesagt, die Familie kennengelernt habe und zum Beispiel der Vater hatte mich auch gefragt, was machst du derzeit und als ich dann wiedergekommen bin, zum Beispiel jetzt, das war vor zwei Jahren, da hat er mich auch gefragt, und wie viel verdienst du und dann wie gesagt, wenn ich dann sage, oh, ich mache irgendwie, weiß ich nicht, 400.000 Yen im Monat, dann war er erstmal so, was machst du, 400.000 Yen im Monat, dann müsste zu dem Zeitpunkt tatsächlich sogar die Summe gewesen sein, das sind ziemlich genau 50.000 Euro im Monat, wenn du zum Beispiel 50.000 Euro im Mord machst in China, dann verdienst du mehr als die ganze Chefetage von der Investmentbank, also zum Beispiel jetzt, der Vater hatte mir dann auch so gesagt, wie kann man so viel Geld verdienen und das ist halt in China einfach so eine exorbitante, horrende Summe, die kaum einer jemals verdienen wird und auch meine Freundin wusste halt damals, als dass das sehr, sehr viel Geld ist. Zum Beispiel, ein Durchschnittschinese verdient so, ich glaube, 4.000, 5.000 Yen im Monat, das sind ungefähr 800 Dollar, zum Beispiel meine Eltern, meine Gasteltern drüben hatten an einer Schule gearbeitet, waren, also der Vater war Lehrer, die Frau hat nicht an der Schule gearbeitet, hat für eine Elektrikfirma gearbeitet und mein Vater hatte, glaube ich, so um die 7.000 Yen verdient, das sind ziemlich 1.000 Euro, ziemlich 9.000 Euro und meine Gastmutter so um die, ich glaube, 6.000, das sind ungefähr so 900 Euro und wenn da natürlich eine Person 400.000 Euro im Monat, oder 400.000 Yen im Monat verdient, dann fallen die Leute natürlich die Augen aus dem Kopf und da zum Beispiel meinte auch die Mutter von meiner damaligen Freundin, die halt Ürin hieß, die meinte halt auch, ja, das ist absolut unfassbar und der Vater auch und das fanden die, glaube ich, ganz gut, nämlich an sich wollen natürlich auch immer die chinesischen Eltern, dass das Kind gut versorgt ist oder die Tochter gut versorgt ist, der Junge gut versorgt ist und wenn da natürlich der Mann oder halt wenn du eine Frau bist und du magst chinesische Männer, ich weiß nicht, ob das überhaupt, das passiert sehr selten, wenn, wie gesagt, das der Fall ist, Geld ist da schon sehr wichtig. Außer natürlich auch, der Job ist wichtig, ob du einen guten Job hast oder nicht, ob du ein guter Mensch bist, das ist vor allen Dingen auch sehr wichtig, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel, die meisten Chinesen wollen keine Bad Boys, wenn es jetzt darum geht, weiß ich nicht, zu rauchen, zu saufen, zu feiern, das wollen die meisten Chinesen nicht. Die meisten Chinesen heiraten relativ früh, zum Beispiel so mit 24, 25, denke ich mal, ist ein relativ normales Alter, manche heiraten sogar schon früher, manche später. Dieses Alter hat sich ein bisschen nach hinten verschoben, weil einfach China, ja, sich ein bisschen zumindest geöffnet hat, aber wie gesagt, ich glaube, dass China sich auch wieder mehr schließt, nicht nur, was ideologische Dinge angeht, sondern auch politisch wird sich höchstwahrscheinlich China noch mehr schließen, als sie es bisher getan haben. Sonst, wenn du zum Beispiel einen chinesischen Mann daten möchtest, die werden grundsätzlich jede westliche Frau toll finden, zum Beispiel, ich war mit einem Mädchen aus der Schweiz dort drüben, vielleicht guckt sie auch dieses Video, Johanna, wenn du dieses Video guckst, jetzt rede ich über dich, nämlich, alle chinesischen Typen fanden sie einfach nur toll, weil sie halt dünn war und, ja, sie sah wirklich gut aus und war halt einfach nur der perfekte chinesische Typ, also zum Beispiel jetzt nicht extreme Kurven, sondern einfach, ja, ein bisschen halt und vor allen Dingen dünn, groß, nicht unbedingt groß gewachsen, aber halt nicht zu klein, nicht zu groß und das, wie gesagt, fanden die Chinesen ganz attraktiv und natürlich westliche Gesichter, die doppelten Eyelids, also praktisch, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, die doppelten Augenlider, genau, das finden zum Beispiel die Chinesen sehr attraktiv und zum Beispiel meine Freundin meintet immer zu mir, dass sie die blauen Augen so interessant findet. Und dann natürlich, das nächste ist auch die Landschaft, das ist der achte Punkt oder der achte Grund, warum ich das Land sehr, sehr gerne mag, nämlich die Landschaft an sich ist wunderschön, wenn du halt in die richtigen Orte in China gehst. China an sich oder viele Großstädte sind leider etwas grau, nämlich viel Betonhäuser, viel, ja, viel auch noch übrigens solche sogenannte Hutongs, das heißt, es sind solche, solche alten kleinen Stadtteile, die gibt es immer noch relativ viel, zum Beispiel halt in Peking oder halt in vielen, vielen kleineren Städten und diesbezüglich kann ich dir auch übrigens nur empfehlen, dir kein Haus in China zu kaufen oder keine Wohnung dir in China zu kaufen, weil die meisten Wohnungen, die zum Beispiel wirklich reine Betonhäuser sind, die sind nicht besonders doll, da bröckelt es immer mal wieder, das sind Risse in den Wänden, mach das nicht, kaufe dir keinesfalls eine Wohnung in China, ich wiederhole, kaufe dir keinesfalls eine Wohnung in China, glaub mir, das ist einfach kein gutes Investment und ich weiß, ich kenne einige Leute, die sich eine Wohnung in China gekauft haben und ich kenne nicht eine Person, die es nicht bedauert. Sonst kann ich dir nochmal Folgendes empfehlen, nämlich hinsichtlich der Landschaft, es gibt wunderschöne Orte, Norden, Süden, Osten, Westen, überall, ein Ort, den ich sehr empfehlen kann, der sehr beeindruckend ist, ist natürlich die chinesische Mauer, aber nicht irgendein Teil, sondern der Kopf der chinesischen Mauer, der ins Meer reinragt, der ist oben in der Nähe von der Stadt Sinh Huan Dao, das wie gesagt befindet sich im Norden, etwas über Peking, in der Nähe von, ja, von Tianjin und dann im Süden natürlich eine Stadt, die auch sehr Touristen überlaufen ist, nennt sich Guilin oder Yangshua, das sind beides sehr schöne Städte, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, dann eine Stadt, die, denke ich, unter vielen Chinesen eher nur bekannt ist, nennt sich Funghuang und zu dieser Stadt solltest du auch auf jeden Fall mal gehen, wunderschöner Ort, auch eine Stadt, die ich sehr empfehlen kann, ist Xi'an, praktisch, ja, die ehemalige Hauptstadt des chinesischen Reiches und natürlich, dort steht übrigens auch die Terrakotta-Armee und dann auch mal solche Orte wie Chongqing, das ist auch eine schöne Stadt und vor allen Dingen, wenn du das echte China kennenlernen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall nochmal empfehlen, in kleinere Städte zu gehen, das ist immer ganz interessant und sonst, wie gesagt, Shanghai und Beijing sind immer noch tolle Städte, die man auf jeden Fall besuchen sollte, ich selbst war noch nicht in Hongkong, deswegen kann ich leider nicht sagen, wie Hongkong ist, aber ich habe bisher immer nur gehört, dass es nicht so toll ist, wie sich viele Leute es vorstellen, sondern dass es eher relativ laut und relativ dreckig ist, genau, aber das sei schon mal dazu gesagt, dann der neunte Punkt und über den wollte ich nochmal ein bisschen mehr im Detail sprechen und der sagt einfach nur, alles wird immer besser und das ist eine Sache, die ich wirklich toll finde, nämlich hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, alles wird immer schlechter, man hat das Gefühl, dass man irgendwie auf dem Downtrend ist, wenn du in China lebst, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass man auf dem Abtrend ist, das heißt, dass praktisch alles immer ein bisschen besser wird und das ist ein wunderschönes Gefühl, nämlich wenn du siehst, okay, die Straßen werden besser, die Häuser werden renoviert, es werden wunderschöne Parks gebaut, die Luft verbessert sich, die Leute haben höheren Lebensstandard und so weiter und so fort, das macht einfach viel mit einem und wenn du in einer Gesellschaft lebst, die alle wirklich nur nach vorne streben, die nach oben streben, die für ein besseres Land streben, ohne jetzt das irgendwie so wieder auch welches sich anhören zu lassen, dann ist das einfach ein tolles Gefühl und ich hatte wie gesagt dieses Gefühl immer, als ich in China gelebt hatte und dieses Gefühl habe ich mir immer probiert irgendwie zu konservieren und habe diesbezüglich natürlich auch, ja, oder habe daraus auch viel von meiner eigentlich Motivation und Inspiration genommen, meine Unternehmen aufzubauen und so weiter und so fort und dann natürlich der zehnte Punkt ist auf jeden Fall Bekanntschaften, nämlich ich habe viele tolle Leute in China kennengelernt mit die Bestmenschen, die ich jemals kennengelernt habe oder die Bestmenschen oder das sind Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, wirklich herzensgute, sehr ehrliche Menschen, die das, was sie sagen, ernst meinen, die zu ihren Worten stehen und vor allen Dingen, die halt einfach herzensgut sind. Ich hatte nie das Gefühl, dass eine Person in China nicht herzensgut ist oder irgendwas Böses von mir möchte. Ich habe mich auch grundsätzlich nie so sicher gefühlt in einem anderen Land wie in China, nämlich China übrigens hat eins der, oder eine der geringsten Kriminalitätsraten auf der ganzen Welt und ist wie gesagt einfach ein faszinierendes Land, dass ich die nur empfehlen kann. Ich hatte da auch in China einen kleinen Hund namens Jim Bao, den ich sehr vermisse und den ich über alles liebe und seine Bekanntschaft machen zu dürfen, weil er halt der intelligentste Hund war, den ich jemals kennengelernt habe. Seine Bekanntschaft machen zu dürfen, war mir eine ganz, ganz große Freude und ich hoffe, ich habe jetzt mal hier ein Bild eingefügt, wenn nicht, stellt ihn euch zumindest so vor, es ist ein kleiner sogenannter Teddypudel, er sieht einfach aus wie ein kleiner Teddy, der aber, ja, einfach nur ein wirklich, wirklich guter, süßer Hund ist, den ich sehr, sehr liebe und sonst, wie gesagt, ich hatte dort Gasteltern, hatte eine Gastschwester, die ich auch über alles liebe und wie gesagt, meine Gasteltern waren auch die besten Gasteltern, die man sich vorstellen kann. An sich natürlich kann ich auch so schon mal sagen, dass Chinesen sehr offene Menschen sind, sehr herzige Menschen sind, die sich bei dir einladen wollen, die ihr Land repräsentieren wollen, die die Schönheit Chinas dir zeigen wollen und vor allem die, die auch sehr stolz auf ihr Land sind und ich glaube, Nationalstolz ist keine schlechte Sache, es ist eine sehr gute Sache und ich glaube, das haben viele von uns hier drüben vergessen, nämlich, wenn du erstmal stolz auf dein eigenes Land bist, dann ist es auch viel schöner für dich, im eigenen Land zu leben und das, wie gesagt, habe ich realisiert. Das heißt natürlich aber auch, dass dein Land gute Entscheidungen treffen muss und dass dein Land tatsächlich gut sein muss, in Anführungsstrichen, damit man darauf stolz sein kann. Zum Beispiel, viele Chinesen haben natürlich die Zeit um Mao miterlebt. Ich kenne noch sehr viele alte Chinesen, die schreckliche Dinge durchlebt haben und die jetzt zum Beispiel sagen, mein Gott, unser Land hat sich so nach vorne bewegt, es ist so viel besser geworden, wir sind einfach nur dankbar für die Politik und für die Sachen, die die Politik für uns getan hat. Ich bin grundsätzlich keine Person, die die chinesische Regierung über allen Klee loben möchte, aber es ist einfach nicht, es ist nicht wegzudenken oder es ist nicht zu ignorieren, was denn eigentlich die chinesische Regierung alles geschaffen hat. Man muss sich wirklich nur anschauen, wie sich die Städte verändert haben, wie sich der Lebensstand der Menschen verändert hat und so weiter und so fort. Dort ist einfach so viel Gutes passiert und das wollte ich einfach nur noch mal als kurzes Schlusswort sagen. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, nach China zu gehen, es ist ein wunderschönes Land, es hat tolle Leute, es gibt tolles Essen, lass dich manchmal nicht von der Politik ablenken, Politik und Menschen sind nicht dasselbe. Es gibt tolle Menschen, es gibt vielleicht doofe Politiker, an sich aber ein wunderschönes Land und genau deswegen werde ich dort auch höchstwahrscheinlich wieder hinziehen. Dankeschön, dass du dir dieses Video angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in einem meiner anderen Tutorials wiedersehen können. Das ist ein wunderschönes Land. Das ist ein wunderschönes Land. Das ist ein wunderschönes Land.